Er ist Phasmophobia und dann dieses Darkwood, das es auf Epic mal umsonst gab. Da weiß ich aber nicht, ob das gut ist. Wenn nicht, dann spielen wir stattdessen Somboid. Ach guck mal, bei Phasmo hättest du Spaß gehabt. Jo, Mathe hat mich ja dazu eingeladen. Da lache ich mir immer den Arsch an. Da sind wir. Ja, ich habe es noch nie gespielt, nur ein paar Mal zugeguckt. So, wir haben unsere Axt, wir haben das Ding. Wir haben unsere Checklisten, Wasser, sehr viel Wasser. Ja, unsere Klamotten. Ah, wir haben noch eine Menge Loot zum Abladen. Ja, auch. Machen wir das mal. Jedenfalls müssen wir das hier mal alles ordentlich aussortieren hier in der Bude. Hier sammelt sich mir zu viel Kram an auf dem Boden, hier auf unserem Müllhaufen. Und nicht vergessen, wir sind ja auch noch dabei abzunehmen. Ananas, 250 Kalorien. Das ist ja schon fast ganz schön viel. Ah, der Muffin, ne? Der Käse, das könnte natürlich alles vergammeln. Ja, die frischen Sachen packen wir lieber erstmal direkt in den Kühlschrank. Nicht, dass das hier wegfault. Wegfault. Sonst noch irgendwas... ...verderbliches. Ne. Wasserflasche behalten, Basail, Schrotpatronen. Noch sehr viel mehr Patronen. Thoratel. Zack. Ersatz Militärstiefel. Das Pfeilchirn. Und noch mehr Ammo. Und dreimal Schnur. Und das packen wir mal weg. Wobei hier eigentlich alles weg. Und die Wasserflaschen hier rein. So. Mach mal hin. Zack, zack, zack. Dann würde ich sagen, was machen wir heute? Wir gehen looten. Dann... ...machen wir hier im Haus Ordnung. Und danach fangen wir an, die Sachen auf unsere Farm zu transportieren. Das klingt nach einem guten Plan. Den sollten wir so verfolgen. Zuck, zuck, zuck. Weg. 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 Kartoffelsaatgut. Das werden wir auf der Farm auf jeden Fall gebrauchen können. Plonkis. Das sollen, glaube ich, die Twinkies sein. Nee, nee. Pinzette bleibt hier. Pflaster auch. Orangenlimo. Das hat uns viel zu viel Kalorien. Weg damit. Mystieriegel. Das ist gut. Mausefalle. Militärstiefel. Die Machete. Ja, die behalten wir vielleicht nochmal als Ersatzwaffe. Pugelsichere Weste als Ersatz. Kaugummi vielleicht gegen den Hunger. Handgabel werden wir auch für die Feldarbeit brauchen. Ein Halfter haben wir schon, ne? Ja. Doppelhalfter. Das wäre mal nicht verkehrt. Ananas als Essen. Ja. Passt so. Dann müssen wir uns noch ein bisschen zusätzliches Essen mitnehmen. Und auch direkt generell mal was snacken. So, hier. Müslieregel. Was gibt's hier denn so? Hast du kein Gemüse zu Hause? Hier nur Fleisch. Was ist das denn? Ist das bei mir, oder? Okay, haben wir hier irgendwo was zu essen eingelagert? Ah, wo wir auch mal reingucken sollten, ist im Craftingmenü. Das habe ich letztens in einem privaten Spielstand mal gemacht. Und mir da mal als Favoriten alles markiert, was für uns da vielleicht relevant wäre. Okay, gut. Wir sind in Lake Ivy. Ich würde tatsächlich... Oh, es ist gleich Nacht. Und wir haben Hunger. Okay, wir looten jetzt mal nur die Nachbarhäuser. Wobei, wir waren doch im Trailerpark noch gar nicht fertig, ne? Hä? Glätter. Ja, guck mal, hier sind noch zwei. Dann machen wir erst den Trailerpark fertig. Und hoffen mal, dass wir da vielleicht was zu essen finden. Was gesundes zu essen. So, ich leg mal die Waffe aus der Hand. Was ist hier in den Briefen? Oh, da kriegen wir direkt Besuch. Oh ja, da sind Sachen drin. Das geht ja direkt gut los hier. Okay. Tja. Die haben wohl nicht gehört, wie gut ich mit der Axt bin. Oh, und auch super wichtig, was mir... Was ich auch im Singleplayer gelernt habe. Ich habe mich ja immer beschwert, dass man Schuhe nicht zerreißen kann. Für Lederstreifen. Stellt sich raus, geht sehr wohl. Man braucht einfach nur eine Schere. Das heißt, ab jetzt werden wir... Das sieht wie gute Sachen aus hier. Oh, guck, wie sich ihre Weste. Das war hier so ein Miliztyp hier. Ab jetzt werden wir alle braunen Schuhe, die wir finden, mitnehmen. Und uns daraus einen riesen Haufen Lederstreifen machen. Hier, sowas nämlich. So. Zack. Blutige Zombieschuhe. Einmal reingeguckt. Ja, durch die Fenster kann man irgendwie nie rein. Alter, schicker Wagen. Wagen wir mal. Arbeitsjacke. Immerhin ein bisschen Bissverteidigung. Doomsday Preppers. Aha. Baggy Jeans. Holzfällerhemd. Ah, nee. Oh, ein Waffenkoffer. Ein Schlafanzug. Ein Gewehr. Und die dazugehörige Munition. Ja, na gut. Da sind wir jetzt gewichtstechnisch, aber schon wieder ganz übel am Anschlag. Zick, zick. Hm. Hier liegt noch die Hose. Es ist schon wieder gefährlich dunkel. Ein Buch im Badezimmer? Guck mal, der liest immer beim Zähneputzen oder auf dem Klo. Irgend so eine Art Toilettenliteratur. Ah ne, beziehungsweise wir können jetzt ja nachgucken, welche wir überhaupt noch brauchen. Welche Bücher, ne? Aber das machen wir jetzt nicht hier. Das ist hier ganz schön. Müssen wir eigentlich. Dann lass mich mal wenigstens hier zuziehen. Dann müssen wir uns nicht ganz so unsicher fühlen. Und wir essen hier erstmal einen Maiskolben. Und packen uns die Gewürzgurken ein. Na gut, die essen wir wohl auch noch. Ja, soll ich dich bringen, tut das nichts, ne? Wir haben noch einen Müsli-Riegel, zwei Stück. Hier ist ein schönes Corny. Hoffentlich die grünen mit Haselnuss. Die sind die besten. Ja, guck mal. So, und dann gucken wir mal auf unserer Checklist. Media Checklist. Vor allem, äh, was war das hier? Metall Bearbeitung 1 und 2. Brauchen wir das denn noch? Tatsächlich, brauchen wir beide noch. So, dann können wir mal gucken, was wir denn schon gelootet haben. Nur Zeitschriften. Okay. Betriebsanleitung für Generatoren. Das ist hier gar nicht mit bei. Doch, da. Guck mal. Ähm. Ja. So. Haben wir jetzt. Metall Magazin 1. Ah, hier. Metall Magazin 1. Haben wir. Doomsday Preppers. Das wird auf der anderen Liste sein. Smithing 10 und 11. Äh? Hier geht Smithing nur bis 4. The Smithing Map. 1 bis, äh, Mac. 1 bis 4. Das sind 10 und 11. Was? 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 Okay. Hoppala. Hoppala. Ähm. Hier. Metall 1 und 2. Die nehmen wir uns nämlich auf jeden Fall mit. So. Hier ist. Radieren wir mal wieder weg. So. Dann. Gibt's noch die. Media Checklist. Oh baby. Okay. Das sind aber alles VHS, ne? TV Shows. Ja, das sind alles, äh, VHS Tapes. Aber was ist denn dann mit hier Doomsday Preppers und so? Wo gehört das denn dann zu? Hm. Hm. Simons Fitness Club. Ja. Das hast du also in den 90ern gemacht, Simon. Jetzt kommt alles raus. Hier. Sam. Ach du, meine Güte. Na, keine Ahnung. So. Die müssen wir auf jeden Fall, eigentlich müssen wir das alles 3 mitbekommen. Ah, ist hier noch ordentlich Platz drin. Oh jo. Guck mal, da passt ja richtig was rein. Boah, immer noch richtig viel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Schmalz und Wurst. Gefrorener Mais. Den können wir gerne noch mitnehmen. Ah, und den Schinken. Ach ja, keine Ahnung. Lassen wir dann von mir aus im, äh, im Kühlschrank erstmal. Aber wir wollen erstmal von unserem Untergewicht runter, bevor wir solche feinen Sachen essen. Bolo. Bolo. 150 Kalorien. Das geht ja eigentlich fast mit den Sardinen da. Besser als die Viersiche. Ich habe nicht als Kiddie-Pokémon geguckt, sondern das gemacht. Oh, Simon, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und träum schön von Geo. Elektro 2. Haben wir schon. Nee, Quatsch. Das war das Magazin. Halt, stopp. Nochmal. Ich bin halt echt einfach ein geiler Typ, so. Die Leute lieben mich alle. Jo, schlaf gut, Simon. Ich muss sagen, ich bin heute auch irgendwie müde. Ist komisch, dass ich immer, obwohl ich mir immer wieder mal einen Stream-freien Tag reinschreibe, will ich mich danach nie wirklich erholt. Das macht mir ja ein bisschen Sorgen, gerade jetzt, wo es für uns halt Richtung Victoria 3 geht. Muss ich mal gucken, dass ich davor noch irgendwie ein bisschen Erholung irgendwo von herkriege. Ich bin konstant müde jetzt seit einer ganzen Weile schon. Ah, die Bude ist ausgebrannt. Da finden wir nichts, ne? Ah, doch. Hier, guck mal. Diese Gürteltasche, die ist richtig gut, ey. Einfach 18 Kilo zusätzlich. Richtig gut. Ah, Cracker. Schön, schön. Ei, 660 Kalorien. Und Hafer hat richtig viel Kalorien. Das habe ich auch im Singleplayer erst rausgefunden. War ich ein bisschen überrascht? Ich dachte, ja, dann essen wir die ganze Zeit einfach Afer und dann passt das schon. Ne, ne. Das sind die guten Sachen. Oh, das ist nichts. Ah, warum nicht? Beta-Blocker noch im Buch. Und Zeitschrift. Oha, Buch passt nicht mehr rein. Aber wie kann das denn sein, dass wir schon wieder voll sind? Wir haben nur zwei Trailer gelootet, mehr nicht? Das war unsere erste Loot-Tour. Sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen Schlag kriegen. Ähm, ne, hier wollte ich hin. Na, da. Das wollte ich. Aber in klein. Beziehungsweise eigentlich alles hier. Wird ihr nicht in den Rücken beißen? So, da waren wir überall. Ja, gut, wir wurden nicht angeknabbert. Dann gehen wir mal ein bisschen Gass hier. Sammeln noch ein paar Punkte für Sprinten. Und dann will ich mal suchen. Haben wir bereits eine... eine Schere? Hey, Karo, schon wieder. Moin. Hallo an Karo und fünf Raiders. Da gibt's den Shout-Out. Versuchst du die Person zu werden, die mich am häufigsten raidet? Da lieferst du dir bestimmten Kopf-an-Kopf-Rennen mit Defi. So, da gucken wir mal auf den Clip. Euer habt ihr gespielt. Ah, der ist kaputt. Sehr schön. Ah, World of Tanks, ne? Ja, natürlich. Und er lockt wieder meinen halben Panzer aus, ey. Ja, komm. Geh, Panzer 3, ey. So, willkommen, liebe Karos. Und wir spielen gerade ein bisschen Somboid. Und wir sind gerade von der Luthor zurückgekommen, von der kleinen. Und ich wollte mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Schere finden. Hoppala, wo habe ich denn jetzt hingedrückt? Was ist das denn? Da hat die Maus abgespackt. So. So. Eine Schere. Ne. Die haben wir, wenn dann, wohl nur zu Hause. Das heißt für uns leider, dass wir die Schuhe hier jetzt nicht für... Ach, doch. Ne. Okay. Irgendwoher hatten wir jetzt doch eine Schere, oder was? Jo, da. Tatsächlich. So, die packen wir jetzt nicht wieder weg, sondern hier in den Rucksack. Und jetzt haben wir endlich mal ein paar Lederstreifen. Darauf haben wir lange gewartet. Und dann schmeißen... Dann schmeißen wir mal unseren gelooteten Kram hier auf unseren Müllhaufen. Und gehen dann schlafen, machen uns morgen nochmal auf für eine weitere Lutour. Denn uns gehen tatsächlich die gesunden Lebensmittel aus. Und das ist ein Problem, weil wir leider übergewichtig sind. Und da versuchen wir, was gegen zu machen. Das heißt für uns viel Sport und nur gesundes Essen, bis wir davon runter sind. Aber das gesunde Essen muss man erst mal finden. Hier so eine Dose Ananas mit 250 Kalorien, das ist da tatsächlich schon fast ein bisschen drüber eigentlich. So, eine Kugelsichere Weste haben wir gefunden. Militärstiefel. Patronen. Genau, die Schere behalten wir. Schraubenzieher behalten wir. Hier die beiden Magazine noch. Das kommt weg. Hier in Magazine eine Türklinkung und eine Türangel. Falls wir uns irgendwann mal eine Tür bauen müssen. Müsli. Müsli hat 2360 Kalorien. Meine Güte. Nichts kann man hier essen. Wir haben ein schickes Gewehr gefunden. Kaffee, Honig, Hackfleisch müssen wir in den Kühlschrank packen. Och, auch der Mais. Auch fast 400 Kalorien, ey. Abnehmen ist echt eine schwierige Sache. Sardinen können wir essen. Mais ist drüber. Kondensmilch, ja. Ob uns das so satt machen wird? Cracker. Cracker und Kaugummi. Das ist unsere neue Diät. Lesen Sie jetzt. In der neuen Bild der Frau. Neue Trenddiät. Cracker und Kaugummi. Die K&K-Diät. Garantiertes, nachhaltiges Abnehmen. Sie müssen nur ganz fest dran glauben. So. Genau, die Lederstreifen. Und das Buch noch. Dann hier in den Kühlschrank. Der zum Glück noch funktioniert. Früher oder später wird irgendwann der Strom aus sein. Und bis dahin hätte ich gerne irgendwo einen Generator gefunden. Da müssen wir am besten in der Stadt überall mal in die Garagen gucken. Sonst verdirbt uns der ganze Kram. Und das können wir ja natürlich gar nicht wollen. Ah, 250 Kalorien. Und Hunger haben wir auch schon wieder. Gut, was essen wir denn? Hier ist ein Conny. Oh, lecker, lecker, lecker. So, Schlafenzeit. Ah, guck mal. Wir wachen nicht hungrig auf. Das ist ja schon mal was. Dann würde ich sagen, füllen wir mal unseren ganzen Kram auf. Na gut, mehr Wasser hat das hier nicht mehr zu bieten. Versuchen wir es nochmal hier im Badezimmer. So, können wir hier alles voll machen. So, ein paar Bierflasche. Ah, sieht aus, als würden wir wirklich alles voll bekommen, ne? Tja, nice. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben medizinische Versorgung. Wir sind nicht hungrig, nicht erschöpft oder so. Wir könnten jetzt ein bisschen Sport machen zum Abnehmen. Aber es ist schon wieder fast 1 Uhr. Lass uns die Zeit lieber zum ordentlichen Looten nutzen. Erstmal hier die drei Häuser, die hier so ein bisschen angrenzen. So, die drei Nachbarn. Da ist nichts. Ne, da war ich wahrscheinlich schon drin, oder was? Wenn ich hier sehe, wie die Tür offen ist. Ah, guck mal. Das sind ja eigentlich ganz gute Sachen. Da müssen wir gleich mal gucken, welche Bücher wir alle schon haben und welche nicht. Schraubenzieher haben wir, ne Säge. Taktischer Mantel mit Kapuze. Aha. Sieht eigentlich nur aus wie ein Poncho. Ne Säge haben wir, glaube ich, schon zu Hause. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht auswendig. Aber ich glaube schon. Koffer, ist da vielleicht was drin? Rollkragenpulli. Ah, komm, schadet auch nicht. Und der Koffer ist leer. Na super. Danke für gar nichts. Blatt Papier. Frischer Käse. Steht jetzt nichts zu Kalorien. Stecken wir mal ein und essen wir vielleicht gleich. Ah, frische Erbsen. Oh ja, frisches Gemüse. Sehr gut. Ah, da haben wir unsere Versorgung für heute. Heute müssen wir uns keine Sorgen machen, falls wir Hunger kriegen sollten. Zucker, Erdnussbutter. Schokolade, das sind alles nicht die Sachen, die wir unbedingt wollen. Aber früher oder später kochen wir vielleicht mal was Gutes, wenn wir nicht mehr übergewichtig sind. Oh, ein Haufen Dosen. Auch wieder Sardinen dabei, das ist gut. Die sind kalorienarm. Zumindest ärmer als Thunfisch und andere Sachen, die wir hier finden. Der Hunger hat auch schon zugeschlagen. Dann würde ich sagen, bauen wir uns gleich erstmal die Cracker ein. So, dann cracken wir mal ein bisschen. Crack, crack. So, Hunger wieder weg. Ah, Herrfärbungsmittel, so eine Gasmaske. Ey, ich glaube, Zahnpasta, das ist alles nichts für uns. Hier haben wir nochmal Bolo. Und hier wäre ein Topf Reis, der ist aber leider schon verrottet. Schade. Schimmeliger Reis. Das war ja gar kein Problem. Was wir hier alles an Leichen hinterlassen haben, ey. Und hier würde ich doch direkt mal durchs Badezimmer einsteigen. Wir gucken aber vorher trotzdem nochmal. Wie, ich darf nicht durchs Fenster gucken. Na gut, sieht aber erstmal ja recht sicher aus. So, zick. So, dann gib mal alles her, bitte. Erstmal. Metall 1, Nahrungssuche, Schneiderei. Wir setzen uns gleich mal ins Badezimmer. Gucken dann erstmal durch, welche von diesen Büchern wir überhaupt alle noch brauchen. Oh, Chips und Wein. Da hat sich hier jemand einen schönen Abend gemacht vor der Apokalypse. Brause, Weißwein, Zigaretten. Da sehe ich auch noch eine Tüte Chips liegen. Und wir haben ein zweites Stockwerk. Welche Geheimnisse dort wohl auf uns warten? Ja gut, Vitamine können wir wohl mitnehmen. So, die Küche. Der wichtigste Raum. Eiscreme und Mais. Ja gut. Zumindest mit dem Mais können wir... Jawohl, nee, ja, Mais. Das ist schon echt kalorienreich. Muss man wirklich sagen. Mais, Mais. Das ist nicht der beste Scheiß. Betablocker, Vitamine. So, wo war hier die Treppe? Hier. So, hier oben lagert ihr bestimmt eure Sturmgewehre, oder? Oh, guck mal hier, schicker Balkon. Eieieiei, okay. Hier checken wir gleich unsere Bücherliste mal ab. Halbe Bibliothek, die sie hier am Start haben. Besthilfe, Schneiderei. Das Ding. Ah, das auch noch. Wookiee-Jacket. Diese Stalker-Mod, die gefällt mir nicht, ey. Die ganzen Klamotten sind nur gut bei Schussverteidigung. Und es gibt halt nichts, das auf einen schießen könnte. Also, das ist alles so ein bisschen... verschwindet. Den kann ich nicht zerreißen. Ah, da kann man andere Sachen draus machen. Ich glaube, ein Doppelhalfter oder so. So, und hier müssen wir jetzt wirklich mal gucken. Den stecken wir auf jeden Fall ein. Ah, jetzt müssen wir mal kurz die Liste rausholen. So, was haben wir alles neu gelootet? Fallenstellenband 1. Haben wir schon. Trapping 1. Also, weg damit. Huntingguide. Advanced. Advanced. Das ist, glaube ich, eine Mod-Geschichte. Das ist hier, glaube ich, nicht mit drin. Oh, es gibt hier schon Hunter-Mag. Ich nehme es mal mit. Ohne es abzuhaken. Weil ich nicht weiß, ob der Huntingguide dasselbe ist wie hier Hunter-Mag. Wahrscheinlich nicht. Ah, nee. Das ist aus der Armbrust-Mod. So. Damit gibt es wahrscheinlich EP für Armbrust-Schießen. Na gut. Dann haben wir hier noch zwei VHS. Da gucken wir gleich nach. Schneiderei 1 und 2. Haben wir beides schon. Kann weg. Moment. Nein, 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 nein. Tailoring ist gar nicht Schneiderei. Tailoring ist Tischlerei. Wir wollen... Ne, Carpentry ist Tischlerei. Doch, doch. Tailoring ist Schneiderei. 1 und 2 haben wir beides schon. Also. Weg damit. Erste Hilfe waren zwei. Haben wir auch schon. Hier gibt es nur Bücher, die wir schon haben. Das ist ja frech. So. Nahrungssuche zwei. Aha. Das haben wir noch nicht. Das ist endlich mal was zum behalten. Metall eins. Haben wir schon. Foraging und wirklich nur Foraging. Alle anderen Bücher hatten wir schon. Schneiderei 5. Haben wir noch nicht. Beziehungsweise müssen wir jetzt ja natürlich abhaken. Weil jetzt haben wir es ja. Moment mal. Das dürfen wir nicht vergessen. Ah, so. Was war das? Nahrungssuche zwei. Und... Erste Hilfe drei. Nahrungssuche zwei. Nahrungssuche zwei. Erste Hilfe drei. Schneiderei 5. Oh, ich glaube ich muss gerade gleich richtig. Uh, richtig hart. Abhusten. Äh, Schneiderei 5. Hier. So, unsere Bücherliste füllt sich langsam. Weipen Handlers Reloading. Ah, gut. Genau. Und hier sind da noch viele, ne? So. Elektro eins und zwei. Ah, Elektro eins hat uns noch gefehlt. Stecken wir ein. Hallo. Fallenstellenband zwei. Brauchen wir auch noch. So. Fallenstellenband zwei. Kochenband vier. Oh, wir haben noch überhaupt gar kein Kochbuch. What? Hat er gerade alles eingesteckt? Oh, jetzt hat er alles eingesteckt. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Wieso hat er denn jetzt alles genommen? Okay, Schneiderei 5 haben wir schon abgehakt. Landwirtschaft Band 1. Da. Brauchten wir auch noch. Kochenband 4 haben wir abgehakt. Kochenband 4 haben wir abgehakt. Einstellen 2 und 5. 2 hatten wir abgehakt. 5 jetzt auch. Erste Hilfe 3. Erste Hilfe 3. Ja. Elektro 2. Gut. Da war jetzt auf jeden Fall einiges nützliches bei. Und ein Haus haben wir noch vor uns. Und hier noch die Garage. Komm, das ist ja so ein gutes Haus. Die haben doch bestimmt... ...nen Generator am Start, oder? Ne, tatsächlich nicht. Ah, hier. Schachtel mit Schrauben. Würde ich mir wohl beide mitnehmen. Und Zeitung bunkern die hier. Vielen Dank. Moin Tiktak. Ja. Und es läuft ganz gut. Heute super wenig Zuschauer. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass der Großteil meiner Bubble... ...die ganze Zeit schon Victoria 3 Streams guckt. Da bin ich ja, wie üblich, dann wieder eine Woche zu spät. Ich meine, bei Sombote war ich jetzt irgendwie... ...sechs Jahre zu spät. Juhu, aber ab nächster Woche ist Victoria 3 dann. Ab Mittwoch. Und dann direkt zwei Tage. Da bist du jetzt übrigens der Erste, der das erfährt, Tiktak. So. Das weiß nämlich außer dir noch keiner. So. Oh, guck mal hier. Hui. So, Tiktak, erzähl mal, wie geht's dir denn? Ich hoffe, du hattest heute einen guten Tag. Äh, aktuell ist dann die Idee, äh, so. Die erste Woche... Äh, die erste Woche zweimal, ähm, Sombote, äh, nein, zweimal Victoria, dann Bannerlord und Sombote. Und danach immer abwechselnd. Victoria, Victoria, Banner, Sombote, Victoria, Banner, Sombote. Das heißt, im Prinzip gibt's von allem gleich viel. Aber ja, das ist, äh, nee, Sombote nicht weniger, äh, Bannerlord wird's dann weniger geben. Weil Bannerlord aktuell der, ähm, äh, den meisten Platz bekommen hat. Nur diese Community-Samstage, die werden ein bisschen hinten überfallen. Zumindest die nächsten zwei, drei Wochen. Aber ich freu mich richtig auf Victoria. Auch wenn ich's noch nicht gespielt hab, aber ich guck seit Tagen die ganze Zeit Victoria 2 Videos, äh, Victoria 3 Videos. Weil ich dadurch ein bisschen den, äh, Erfahrungsrückstand aufholen will. Und dann hoffentlich nicht komplett nur, wie ich rein starte. Wie sieht's eigentlich mit unserem Gewicht aus? Ah, 80 Kilo schon. Ah, wir sind nicht mehr übergewichtig. Ach, gut. Gut, wir haben genug, äh, Gewicht verloren. Das heißt, wir können wieder richtig essen. Wir müssen gar nicht mehr darauf achten, so sehr. Da freu ich mich natürlich. T-t-t-t. Jo, ne, kann ich mir vorstellen. Endlich Wochenende. Äh, Victoria, äh, also es sieht aus wie, äh, Crusader Kings zum Beispiel. Falls du, äh, das kennst. Nur, dass es bei Victoria viel, 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 viel weniger um Krieg gibt, äh, geht. Sondern Victoria ist wirklich 99% Wirtschaftssimulation. Aber super komplex und kleinteilig. Darum ist es tatsächlich auch nötig, dass ich da seit, seit einer Woche alle möglichen Tutorial-Videos gucke. Meistens von Steinwallen. Ich hoffe, ich komme damit einigermaßen klar. Ah, ich bin schon richtig gehypt. Ich weiß auch schon, welches Land ich als erstes spielen werde. Aber das ist noch geheim. Das weiß noch niemand. Oh, was? Wir sind voll? Wieso sind wir denn so schnell voll? Na gut, dann müssen wir wieder den Müllhaufen ein bisschen auffüllen. Das Haus will ich noch fertig machen. Danach will ich nochmal zu diesem krassen Waffenladen. Und danach schaffen wir hier ein bisschen Ordnung. Sortieren überall ein. Und dann fahren wir mal wieder zurück zur Farm. Um unseren Loot zurückzubringen. Nach dieser... Ach ja, hier. Stimmt, das müssen wir auch noch... Dead wrong... Keine Ahnung. Zeig her. Media Checklist. Okay. TV-Shows. Dead wrong. Gibt's nicht. Entertainment. Das ist immer eine Sucherei hier, Mann. Ach, Dead wrong. Ist das vielleicht eine Quizshow? Spiffoworld? Spiffoworld? Ich find's nicht. Und... Ich bin mir auch gar nicht sicher, warum ich diese VHS überhaupt hier abhaken soll. Also klar, die hier, die Skill-VHS, ja, klar. Aber diese anderen... Ob ich jetzt Dead wrong zweimal zu Hause hab? Oder ob ich das überhaupt mitnehmen soll? Nee, komm. Lassen wir. Elektro-Technik. Ähm... Elektro-Technik. Hunting Guide Advanced. Ah, der Rollkragen. Schrauben. Ja. Ballin' Coolin. Ballin' Coolin. Dead wrong. Keine Ahnung. Gib mir keine Skills. Ist nur für Unterhaltung. Mir relativ egal. So. Zucker. Ein guter Teebeutel. Mohammeds erste Worte. Ne. Heim VHS. So. Und das alles. Oder? Und ich will gleich auch mal bei den Crafting-Rezepten gucken. Äh, was es da so alles drin gibt, was mich vielleicht interessieren könnte. Mir da mal ein paar Sachen als Favorites markieren und so. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig, dass man das mal gemacht hat. Sich da überhaupt mal einen Überblick verschaffen, was es da gibt. Mehr als ein Speer anzuspitzen, habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gecraftet. Oh, und, ähm, das Journal. Das Journal müssen wir dann auch machen. Aber immer noch nicht fertig. Zack, zack. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich so, doch so viel eingesteckt habe. Nee, das nicht. Das hier hin. Das hier hin. Den Käse können wir direkt mal essen, bevor der verdirbt. Hier sehr viele Bücher gelootet. Ah, und dann nochmal einen Haufen mehr Dosen. Chips. Dann nochmal an den Kühlschrank. Eiscreme. Hier ungekochtes Fleisch. Lachs. Noch mehr Lachs. Ja, und hier halt die Dosen, ne? Komm. So, dann gehen wir gleich nochmal in das Haus. Dann gehen wir schlafen. Und dann geht's morgen zum Waffenladen. Und danach wird hier endlich mal für Ordnung gesorgt in unserem kleinen Außenposten. Depressiv. Na gut, dann lesen wir gleich auch noch irgendwas. Ich würde ja gerne mal irgendwie Woodcraft oder so finden. Noch haben wir Strom. Noch könnte ich die ganz einfach gucken. Aber das wird jetzt ja auch nicht mehr so lange so sein. Also so langsam könnten die hier mal irgendwo aufploppen. Ach du meine Güte. Okay, da müssen wir gleich wieder gucken. Oh Gott, oh Gott. Okay. Gucken wir erstmal hier. Handschuhe. Hunting Guide für Beginn. Das ist... Oh ja, Waffenkoffer. Eine Revolver und zwei Schachteln Ammo. Immer her damit. Schön neben dem kaputten Fenster. Da fühlt man sich sicher. Die sortieren wir später. Ich packe die erstmal alle ein. Nachher gucken wir, was wir davon wirklich brauchen. So, einmal die Treppe hoch. Ach du mein. Oh Gott. Ja, ist ja geil, dass die so viele Bücher hier haben. Aber die wiegen auch alle so viel immer. Oh. Oh, warte. Das können wir direkt... Kann ich die nicht direkt hier zerreißen? Oh, die kann ich nicht zerreißen? Ja, dann will ich die auch nicht. Oder sind die besonders gut? Ach guck mal, die sind genauso gut wie Militärstiefel. Dann behalte ich die vielleicht doch. Ach so. Hier, ne? Dauerwellen-Locken-Locken-Wickler. So heißen die. Quietscheenten. Na gut. Sollte ich irgendwann mal das Bedürfnis nach Quietscheenten haben, dann weiß ich, wo es die gibt. Oh. Ja. Hallöchen. Gürtel. Daraus kann ich mir, glaube ich, ein Halfter machen. Eine halbtransparente Strumpfhose. Naja. So, dann gehen wir mal in die Hallen des Wissens. Der Büroraum. Tja. Dann zeig ich mal her. Elektro 3. Beziehungsweise, ne, anders. Erstmal aussortieren. Wir haben bereits gelootet. Den Guide für Beginners. Hier kein Buch. An den Guide advanced. Kochen 1. Haben wir noch nicht. Jetzt schon. Kochen 1. Metall und, äh, Nahrungssuche 1. Haben wir. Und haben wir. Das heißt, die beiden können schon mal weg. Ah, und dann haben wir Tischlerei. Haben wir auch schon. Los, pack, pack. So, so ein Buch. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Erste Hilfe 1 und 2. Erste Hilfe 1 brauchen wir noch. So, haben wir jetzt. Fischen 1, 3 und 4. Ach, guck mal, genau die haben wir noch gebraucht. Das ist ja nice. So, bleib mal offen. Kfz-Mechanik und Landwirtschaft 1. Hier Mechanics. Mechanics 1 brauchen wir. Landwirtschaft 1 haben wir. Metall 2 haben wir. Und Schneiderei 1 haben wir auch. Gut. Dann sind hier noch welche. Elektro 3. So, brauchen wir noch. Und. Oh, was ist das hier? Kellerbau. Aber Nummer 3. Macht das einen Unterschied? Leerrezept. Baue einen großen Keller. Geil. Keller bauen. Ja, Fischen 3. Haben wir. Landwirtschaft 1 und 2. Haben wir beide schon. Metall 2 und 3. Metall 3 brauchen wir noch. Ah, wir haben schon fast die Hälfte, oder was? Nur Level 5 Bücher. Die sind echt eine Seltenheit anscheinend. Da haben wir erst zwei von. Aber ja. Und hier die Magazine. Ähm. Das ist aus der Armbrust-Mod. Die ist auf der Liste nicht mit drin. Keller ist da auch nicht drin. Nochmal Hunting Guide. Auto-Handbuch. Standard-Modell. Äh. Hier. Standard-Modelle. Wunderbar. Crossbow, Keller. Alles dasselbe. Ach. Mehr haben wir nicht gefunden. Mehr Magazine. Ja gut. Dann sind wir da durch. Und können nach Hause. Und dann hoffentlich bald schlafen. Na komm. Morgen dann zum Waffenladen. Und dann beenden wir jetzt mal unsere erste große Loot-Tour. Lasst mich lebendig nach Hause kommen. Dankeschön. So. Einmal noch. Hier abladen. Das Buch. Ach guck mal. Die Handschuhe haben ja Verteidigung. Null. Ne komm. Die kann man einfach zerreißen. Das habe ich gar nicht gesehen. Hunting Guide for Beginners. Revolver. Die Ammo. Und das wäre es hier. Dann. Zweimal die Stiefel. Schrotpatron. Metallbearbeitung. Große Stiefel. Kochen. Mechanik. Die Schrotflinte. Keller. Jagen. Gürtel. All diese schönen neuen Bücher. Das auch. Und dann war es das hier. Guck mal. Und da haben wir gar nichts eingeladen. Jetzt werde doch mal müde langsam. Ich weiß nicht, ob dieser Perk, dass man wenig Schlaf braucht, so gut ist. Das bringt irgendwie den ganzen Schlafrhythmus komplett durcheinander. Und dann ist man plötzlich immer nachts wach. Das ist ja Quatsch. Der Perk ist eigentlich gar nicht gut. Habe ich den eigentlich aktiviert noch? Ja, tatsächlich. Den tauschen wir vielleicht gegen was anderes aus. Denn jetzt sind wir hier. Ja, und sind gar nicht müde. Dann würde ich sagen, lesen wir ein paar Bücher. Von den roten. Damit es uns ein bisschen besser geht. Dann noch was essen. Hier, Packung Mais. Mh, lecker, lecker. Wir sollten das auch nicht alles so lange mit uns rumtragen, ey. Nicht, dass das wirklich dann in unserer Tasche verschimmelt. Das hatten wir nämlich schon mal. Da sind wir morgens aufgewacht und plötzlich war der Mais dahin. Ne, ne, ne. Ich packe das mal doch wieder hier rein. Haben wir hier noch eine Dose Sardinen für unterwegs. Dann packen wir uns dann von mir aus auch noch irgendwas anderes ein. Zum Beispiel. Viel sicher, ja, viel sicher Ananas und ja, Kondensmilch. Keine Ahnung. Aber es ist auch immer was dabei. Und wir sind immer noch nicht müde. Dann haben wir jetzt ein bisschen Schlafkriegen bis Sonnenaufgang. Oh, 9.10 Uhr. Sehr gut. Wir haben auch keinen Hunger. Es ist neblig, aber wir haben den ganzen Tag für uns. Ist halt blöd, weil jetzt haben wir halt wirklich eine längere Strecke vor uns. Boah, ja. Mach mal noch größer, ey. So. Hier. Hoppala. Hä? Nee. Ähm. Da. Mal sind sie groß, mal klein. So. Eigentlich wollen wir nur zum Waffen laden. Ist eigentlich keine schwere Aufgabe. Aber das gerade jetzt so hart neblig sein muss. macht jetzt doch einen kleineren Akt daraus. Und ich will dir, ich werde jetzt nicht hier die Häuser looten. Aber ich will zumindest mal gucken, ob irgendwo ein Generator steht. Das ist ja gar keine Garage oder doch hier vorne, oder nicht? Nee. Nee. Lärm gemacht. Wie geht's? Wie geht's unserer geliebten Axt? Ah, ist okay. Ah, ist okay. So, guck mal. Ihr habt hier oben doch 100 pro einen Generator drin. Erzählt mir doch nix. Das rieche ich doch. Nee, ist leer die Bude. Warum? Kein Schwein hat einen Generator am Start. Hier können wir durch. Es ist ruhig. Es ist ruhig. Zu ruhig. Hier wollen wir rein. Ich höre Zombies. Oh. Ja, komm mal her, Meister. Da sind Bücher. Aber das ist eigentlich ein Klamottenladen, oder was? Oha, was es hier an geilen Stiefeln gibt. Okay. Na gut. Wenn wir gleich noch Platz haben. Oh, ein Lieferwagen. Ist der wohl fit? Der sieht nicht so richtig fit. Oh, na. Ist okay. Ist sogar Kraftstoff drin. Ist ein bisschen damaged, aber ansonsten. 130 Kapazität. Ja, wollen wir die vielleicht sogar drin behalten? Kann nicht schaden, ne? Oh, da ist der Schlüssel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wie viel Kapazität hat unser Pick-up? Und kann ich mit dem mein Pick-up abschleppen? Und dann habe ich beide Autos quasi zu einem großen gemacht. Und habe doppelte Ladekapazität. Das fände ich richtig schön. Ja, hier haben wir schon alles gelootet. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Der Waffenabteilung. So. Wir haben Pfeile. Wir haben zwei Bögen. Das nehmen wir nicht mit. Das auch nicht. Tactical Stock. Uzi Stock. Das hat taktisches Messer. Ja, warum nicht, ne? Zur Not dann auch einfach, weil es cool aussieht. Rein in die Taschen. Wir haben ein bisschen Hunger. Dann essen wir was und machen dadurch wieder ein bisschen Platz. Hier, die Sardinen. Mach mal auf. Essen. Oh, jam, 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 jam. Und auf den Boden damit. Dicke Ammo. Gewehr dazu. Einen dritten Bogen brauchen wir jetzt nicht. Wir machen uns richtig schön die Taschen voll. Ah, so viele Sachen, ey. Noch eine Schrotflinte. Noch mal so ein Gewehr. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Art von Gewehr schon habe. Wahrscheinlich. Sehr viele Bögen werden hier auf jeden Fall verkauft. Funktionieren Pfeile auch mit einer Armbrust. Das wüsste ich noch gern. So, leer, leer, leer. SKS. M1911. 45er ACP. Oh, geil. Ganz, ganz exotische Munitionstypen hier. 762. Habe ich doch hier oben. Da, das sind SKS-Patronen. Ja, wird alles eingesteckt. Ah, Moment mal. Doch, bitte. Hier rein. Voll, voll. Hier hin. Eine Beintasche, die bräuchte ich noch. Ich will einfach maximal Loot mit mir rumschleppen können. Ah, wieder 20 Minuten braucht ein Gewehr einzustecken. Unfassbar. Ah, die helle Bade. Ja. An sich geil. Das Modell hat mir nicht so gut gefallen. Aber am Ende, wenn es um Leben und Tod geht, soll mir das dann auch egal sein. Gut. Jetzt sind wir hier unten durch. Gucken dann nochmal nach oben. Blaseball. Oh, den brauchen wir bestimmt zum Schmieden irgendwann. Doch, doch, den nehmen wir dann mit. Metallplatte. So, was. Hat die Stadt wohl einen richtigen Waffenladen auch? Eine Hake. Eine Kelle. Ja, ich habe ja schon so ein... So was in der Richtung. Habe ich eine Rohrzange? Keine Ahnung. Jetzt habe ich eine. Eigentlich bräuchte ich echt eine Liste mit meinem gesamten Loot. Oh ja, hier ist der Schmiedekram auch. Ja, um ehrlich zu sein, will ich das alles. Neues Klebeband. Da habe ich beim letzten Mal alles in meine Axt zum Reparieren reingesteckt. Und wir sind schon wieder an unserer Gewichtsgrenze. Ne, die nicht. Zurück. Habe ich schon eine Pfeile? Ach, ich weiß es nicht. Habe ich eine Pfeile? Klaustix brauche ich nicht. Plyas habe ich. Ohrzange, Schraubenschlüssel. Gartengabel habe ich. Fäustel, Hammer, Geld. Oh, Kuchemachete. Ja, komm. Wir müssen sowieso runter und nochmal hoch. Dann würde ich jetzt tatsächlich den Lieferwagen vollpacken. Und mit dem dann zurück nach Hause fahren. Der Nebel ist auch weg. Eine Apotheke. Ein Lebensmittelladen. Was das da oben ist, weiß ich noch nicht. Okay. Oh, nee, nee, dich nicht. Das nicht. Bögen aber. Und die Arrows. Bitte niemand in den Rücken beißen. Das wäre super schön. Okay. Das sind richtig viele gute Sachen. Ah, ich habe alles andere abgewählt, weil ich dumm bin. Okay, nochmal. So, let's go. Wie weit sind wir schon mit dem Umräumen? Gut, hier sind wir anscheinend schon durch. Hier sind wir gerade. Halten, die wir die Hand an der Tastatur haben. Jederzeit kann von irgendwo ein Zombie ankommen. Na, die beiden Sachen werden jetzt nochmal richtig schön lange dauern. Wir essen gleich auch nochmal was. Hier schön Kondensmilch trinken. Oh, lecker, lecker. Na, wo wird gerade gepackt? Hier von unten. Zip, 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 zip. Und. Da haben wir unsere Dose mit Milch offen. Mal brav austrinken. Das ist so schön viel rein. Ist das herrlich. Dann gehen wir nochmal. Oh. So. Dann gehen wir nochmal hoch. Und danach noch in den Klamottenladen. Und danach werden wir wahrscheinlich nie wieder irgendwo Stiefel looten müssen. Weil wir da so viele rausholen werden. Hier erstmal. Typ Deep Cycle. Ach so, das ist für Solarpaneele. Das ist keine Autobatterie. Okay. Ja, Solarpaneele. Craftet man die sich selbst? Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich habe noch nirgends eine gefunden. Nee, 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 nee. Ah, Kugelmachete. Das lassen wir natürlich nicht zurück. Komm, steck einen jetzt. Brechstange. Habe ich schon eine? Weiß ich nicht. Kreuzschlüssel ist hinten im Auto auf jeden Fall. Nagelpistolenmagazin. Ich habe auch noch nie eine Nagelpistole verwendet. Ja, wer weiß. Vielleicht brauche ich die irgendwann. Ja, wenn hier schon ein Brett rumliegt. Klebeband, Schachtel mit Nägeln. Wir sollten auch unsere, ähm, unseren Außenposten ein bisschen absichern. Ein paar Wände vernageln. Und vielleicht auch welche Bretter mit auf die Farm nehmen, wenn wir schon heute zurückfahren. Ja, heute machen wir, glaube ich, so ein bisschen Housekeeping. Ist ja auch wichtig. Und die Tasche rein. Der übliche Kram. Noch ein Brett. Und dann. Und dann. Und dann. Ein Eimer. Nee, brauchen wir nicht. Ja, wohl. Wir haben auf der Farm einen Brunnen. Aber hier unten in Lake Ivy nicht. Ach komm, das ist noch kein Problem. Vielleicht sitze ich irgendwann ohne Wasser in Lake Ivy und denke mir, ach, hätte ich doch damals diesen Eimer gelootet. Kann durchaus sein. Aber rechnen wir jetzt einfach mal nicht mit. Karabinerhaken. Sehr gut. Ja, halt auch das hier allgemein. Alles ganz gut. Passt aber nicht mehr, oder was? Gut. Erstes Gefäß voll. Nichts übersehen. Helmhaken. Boah, Helmhaken mal. Komm, nehmen wir doch mal eine mit. Hake, Holzer mal Laubhaken. Nee. Bei dem Rest bin ich mir tatsächlich sicher, dass wir den schon haben. Brechstange haben wir eben eingesteckt. Noch eine Kukri. Und Äxte kann man nie genug haben. Besonders wir mit unserem Wikinger-Bild. Nein, breit. Vier Stück. Und noch mehr Bretter. Okay, heute werden wir auf jeden Fall zu Hause ordentlich was vernageln können. Ah, komm, die passen jetzt nicht mehr. Och, Leute. Was ist das denn so? Tja, Megan. Hm, hm. Nee. Ah, komm, hier sind hier Jeansklamotten. Wir haben die Shea ja dabei. Können wir gleich noch auseinander nehmen. Okay, dann müssen wir tatsächlich noch einen Gang mehr machen, als ich dachte. Ist auch schon 19 Uhr. Ich hoffe, wir kriegen das vor Sonnenuntergang alles noch über die Bühne. Okay. So, und hier müssen wir dann wieder genau hingucken. Ah, zwei Bretter. Holzkleber, Karabinerhaken. Nee, Kaugummi bleibt. Machete auch. Nägel. Ja, so waren wir das. Oh ja, das war schon schwer. Aber wir sollten mit der Kapazität von dem Auto hinkommen. Noch gut 40 Kilo frei. Die Bretter. Oh, die Bretter wiegen jeweils vier. Äh, drei. Das sind halt nochmal zwölf Kilo dann. Aber ich bin zuversichtlich, dass das reichen wird. Zur Not können wir dann auch die Reifen zum Beispiel noch rausschmeißen. Ja, nochmal zwei Bretter. Ah, wir sind durch. Schön, schön. So, dann lassen wir uns mal noch eine Dose aufmachen. Vier sicher. Wo ist er? Achso, ich war im falschen Container. So, hau mal rein. Und schön hier ins Regal damit. Ui. Gut, hier waren wir durch. Zwei Bretter, genau. Die waren hier noch. Wir haben hier nichts zurückgelassen. Dann sind wir hier gleich durch. Hier die Regalseite noch. Nelgun. Ich glaube eigentlich, dass ich eine zu Hause habe. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und wir haben ja genug Platz aktuell. Hier zum Schmieden. Gips brauche ich jetzt gerade nicht. Die bitte. Wieso kann ich die jetzt nicht zerreißen? Muss ich die erst hier drin haben? In meinem eigenen Container? Ich habe auf jeden Fall eine Schere. Also grundsätzlich müsste es gehen. Hier geht das. Vielleicht, weil ich den Overroll mitmarkiert hatte. Gut, der Overroll gibt ja auch Jeans. Ne, der hat nochmal Stofffetzen gegeben. Dann sind wir hier jetzt immer noch nicht durch. Okay. Ja, okay. Die kann ich nur in meinem eigenen Container zerreißen. Na gut. Dann haben wir auf jeden Fall Jeans Streifen. Und die Sonne geht unter. Oh, die Sonne ist schon untergegangen. 23 Uhr. Ah, dann sehen wir zu, dass wir den Klamottenladen noch leer gelootet kriegen. Jo, und dann hauen wir ab. Ja, das Licht ist nur von den Laternen, glaube ich. Ah, Stofffetzen, nein. Ah, und Hoodie kann man schon mal einstecken. Müde werden wir auch schon wieder. Trainingsjacke. Schicke Schuhe. Leder. So, das wollen wir. Ja, zerreißen wir mal auch direkt hier. Ah, Geld. Geil. Ah, komm, ne, machen wir nicht alles hier. Das dauert mir zu lange. Das machen wir dann in der sicheren Umgebung bei uns daheim. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal ein paar Lederstreiten sammeln. Dann machen wir uns das Bound Journal, damit wir, sollten wir sterben. Was wir natürlich nicht werden, aber einfach für den theoretischen Fall, dass wir dann unsere Skills nicht komplett verlieren. Oh, Kreuzwort Riesel haben wir gern gesehen. Hier geht's raus, oder was? Ne. Hier, Badezimmer. Oh! Die hat nicht nur geile Werte, die sieht auch noch ziemlich badass aus. Zeig mal. Alter, die hat einfach doppelte Verteidigungswerte. Alter. Also, wenn ich ein Zombie wäre, da würde ich mich jetzt nicht mit anlegen wollen. Ah, ich höre gerade auch irgendeinen Zombie. Hier so im Dunkeln, also... So richtig wohl fühle ich mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht bei der Sache. Zum Zerreißen mitnehmen. An irgendeiner Tür wird hier gekloppt. Machen wir uns die Taschen voll. Mit Jeans, Hemden, das ist toll. Ja. Das waren wir alles. Das waren wir alles. Oh, was hatten wir hier gerade? Ein Hausschlüssel. Suspicious object. Is this a spliff? Nein, nicht. Wo ist er denn? Da kann ich es hier vielleicht... Da, Tatsache! Verringert die Schmerzen? Ja, lustig. Wir haben unseren ersten Joint gefunden. Ach, komm, nee, komm. Ne. So, wir sind soweit durch. Hier sind noch... Oha. Drei Türen. Hinter einer ist ein Zombie. Es ist stockdunkel. Sekunde ausrüsten. Okay, ich kann die Axt nicht mit der Taschenlampe verwenden. Ja, das habe ich befürchtet, weil die zweihändig ist. Dann müssen wir diesmal das Messer nehmen. Gut, hier geht's raus. Ah, noch ein Kleider. Mit... Lederschuhen. Hä? Der Zombie war gar nicht hier. Ich höre ihn auch gar nicht mehr rumrumpeln. Okay. Dann gehen wir mal zurück nach Hause. Alles ruhig. Was ist das hier für ein Laden? Möbelgeschäft, oder was? Ah, erkennt man nicht. Ah, da ist alles verrottete Lebensmittel sicherlich. Hier. Die Apotheke. Oh, da ist ein Zombie. Oh. Nee, nee. So, wir sind hier fertig. Auf Wiedersehen. Ciaoi. Mit dem will ich mich jetzt nicht noch anlegen. Warten wir da eigentlich nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Ohne in den Rücken gebissen zu werden, versuchen wir hier in den Rücken zu spüren. Hier jetzt nochmal auszuladen. Ah. Nein, nein, nein. Oh, verdammte Scheiße. Ich bin mir nicht erschreckt. Nieser, Alter. Ah, nur gekratzt. So ein Glück. Alkoholdruckfahr. Und Bandage. Ich dachte, das wäre es jetzt schon wieder gewesen, ey. Niederschuhe. Wir haben nichts draus gelernt. Anstatt in Sicherheit zu gehen, stellen wir uns jetzt wieder genauso hin. Jetzt ist er ja tot. Jetzt müsste es hier ja sicher sein. Ach, müde hier. Oh, das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Brenner dauern lange. Nee, die nicht. Du. Die nicht. Die kommt hier hin. Ah, den Spliff. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Ah, wohl, nee. Die nicht. Ah, guck mal. Die Kiste ist schon voll. Oh, sind meine Lederhandschuhe kaputt gegangen jetzt? Kaputt gebissen worden? Oh, das ist ja frech. Kann ich kaputte Lederhandschuhe zerreißen? Nee. Nee. Haben wir hier zufällig noch neue? Nee, aber drei Milliarden Stiefel. Hm, ja, ärgerlich. Na gut. Ah, Hunger haben wir auch. So, dann jetzt der Plan für morgen. Jetzt wird erstmal gegessen und morgen sortieren wir hier mal ein und wir nageln paar Bretter an die Wände und solche Sachen. Hier wird jetzt erstmal dafür gesorgt, dass der, ähm, dass unser Außenkosten hier seinen Namen verdient. Wir machen es hier ordentlich, wir machen es hier sicher und wenn wir das, oh, Stucke auf, du. Und wenn wir das alles haben, dann fahren wir zurück nach Hause zu unserer schönen Farm. Dann machen wir die Dose. Da. So. Und, gute Nacht. Eie, die, weil das wird spannend. Ein ganzer Tag nur aufräumen. Oh ja. Das macht Laune. So, ich brauche jetzt irgendeine Art von Hammer. Haben wir natürlich nicht. Ah, super. Ah, okay. Wo fangen wir an? Erstmal machen wir die Taschen leer. Das ist alles, was daraus muss. Hier. So, und dann hier. Ah, ihr kommt da rein. Ihr bleibt hier. Ihr kommt da rein. Das bleibt hier. Ihr kommt auf den Boden. Ihr kommt da rein. Ihr kommt gleich auf den Müll. Ihr kommt da rein. Auf den Boden. Ah, bleib ruhig hier. Da rein. Auf den Boden. Da rein. Auf den Boden. Hier hin. So. Und dann wird erstmal aussortiert in der Bude. Das ist nicht zu knapp. Die, die, die. Mach dir die Taschen voll. Das ist super toll. So. Und ab geht's mit den spannenden Sachen. Alles in den Gürtel hier. Oh. So. Wir machen jetzt erstmal Tabula Rasa. Wir machen alle Schränke leer. und gucken dann, was wir behalten und was auf den Müll kommt. So. Schlafzimmer. sauber. Badezimmer. Oh. Laken. Nicht schlecht. Ein wenig hungrig. Das können wir noch aufschieben. Badezimmer fertig. Wohnzimmer. Haben wir irgendeine Art von Hammer? Ja. Ein Schlosserhammer. So. Und dann jetzt zum Schluss die Küche. Da wird nochmal eine Menge drin sein. Mal gucken, ob es uns diesmal voll machen wird. Oh, da ist auf jeden Fall der Schnapsschrank. Zumindest der Bourbon wird zur Not auch zum Runden desinfizieren gehen. Aber noch haben wir zum Glück Desinfektionsmittel. diesen ganzen Kram hier, ey. Einen Haufen Dosenfutter. Und da ist das Regal leer. Nichts, nichts. Besteck und Geschirr. Pfeffer. Pfeffer, Salz, ungekochtes Pfeffer. Pfeffer, Salz, ungekochtes Pfeffer. Erdnussbutter, verrottetes Skowot. Und eine Limon. Okay, und hier haben wir jetzt den ganzen Kram. Hier, den können wir mal essen. Ah, was steht da denn noch für eine Dose? Na, du? Da habe ich aber was übersehen, oder was? Na, na, na. Moin, Schahuala. Wie geht's? Wie steht's? Wie war dein Tag heute? Bei mir war es heute ganz entspannt. Vor allem der Stream ist heute super ruhig. Die meiste Zeit nur einen Zuschauer. Ich glaube, die meisten Leute gucken aktuell alle Victoria 3 Sachen. Ich glaube, meine Monats-Durchschnitts-Zuschauer-Statistik-Dingens die ziehe ich heute richtig runter, ey. Ganz gut. Heute in Geogäster, Basti, GHG besiegt und Dex. Basti kenne ich nicht, aber Dex kenne ich. Ist der jetzt auch bei Geogäster? Ah, der hat mich nur. So. So, Regale haben wir gleich alle leer. Da denkst du schon immer, Geogessa, hat eine Zeit lang beides gemacht. Ach so. Das erklärt dann auf jeden Fall, warum man ihn nicht mehr sieht. So, die Leiche noch nehmen. So, und hier auf der anderen Seite vom Zaun beim Nachbarn machen wir unseren Müllhaufen. Oh, der liegt jetzt ja doch hier. Na gut, dann ist von mir aus hier der Müllhaufen. Ist ja auch in Ordnung. So, auf jeden Fall machen wir hier jetzt ein bisschen Ordnung. Kurz noch Zombies checken. Na, sieht alles gut aus. So, dann. Ist es jetzt soweit. So, wir fangen an damit, alle Kleidung hier zu zerreißen. Was ist denn mit der anderen Leiche? Ach, die zählt jetzt als hier drüben. Komisch. So. Was kommt auf den Müll? Verrottete Brotscheiben. Blsg-B rbb im Audet der Epizet sagt, junger Mann, es besteht kein Grund, sich niedergeschlagen zu fühlen. Ich sagte, junger Mann, heben sie sich vom Boden auf. Ich sagte, junger Mann, weil du in einer neuen Stadt bist, es gibt keinen Grund, unglücklich zu sein. Mit diesem ganze junger Mann? Nee, das sagt mir nichts. Kann ich hier was mit Young Man? Nee. Nee, ich glaube, das Lied kenne ich nicht. Maden, Löffel. Ah, unsere guten, kaputten Handschuhe. Ach, schade, Mann. Oh, ich merke schon, ey. Das wird ein großer Müllhaufen. Und das behalten wir. Ah. Nee, doch, behalten wir. A-Chainten-Bretter. Vielleicht braucht man den zum Kochen. Weiß ich ja nicht. Der ist affig. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. So. Dann. Zahnbürste weg. Wecker weg. W-L-S-G-I-B-M-O-D-T-I-P-Z sagt, junger Mann, es gibt einen Ort, an den du gehen kannst. Ich sagte, junger Mann, wenn dir das Geld ausgeht, du kannst dort bleiben. Und ich bin sicher, du wirst es finden, viele Möglichkeiten, eine gute Zeit zu haben. Es macht Spaß, ihm zu bleiben. Es macht Spaß, ihm zu bleiben. Im zu bleiben. Ja, also diese ganze junger Mann-Geschichte. Weiß ich nicht. Das sagt mir alles gar nichts. Ein Rasierer. Das ist Müll, Parfüm, Müll, Rufenhandschuh. Rufenhandschuh. Braucht man den vielleicht? Ja, vielleicht braucht man den zum Kochen. So, Make-up, Lippenstift auf jeden Fall nicht. Hier ist ein T-S-G-I-B-M-O-D-T-I-P-Z sagt, es macht Spaß. Ach, YMCA. Young man, sie haben alles, was sie Männer genießen können. Du kannst mit allen Jungs abhängen. Es macht Spaß. Im YMCA. stimmt. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Stimmt. Da ist am Anfang die ganze Zeit Young man dieses und jenes. Stimmt. Jo, da hast du mich bekommen. An YMCA habe ich tatsächlich nicht gedacht. So, hier gibt mir das alles. CD kann weg. Bräter. Bräter. Ich halte nämlich vielleicht noch mit in die, auf die Farm. Bourbon Blei, Blatt Papier kann weg. Backform. Ja, komm, vielleicht backen wir irgendwann. Wer weiß das jetzt schon. So, hier müssen wir jetzt echt mal gucken. Ist hier irgendwas dabei, das wir Müll nennen? Nein. Gut, dann haben wir, was Müll angeht, komplett aussortiert. Und nach dem Aussortieren kommt jetzt das Einsortieren. wobei, wobei, wir haben hier noch Glas, ne? Das würde ich noch weg machen. Hier auch. BDSG, BMO, DT, IPZ sagt, aufstehen. Zurück auf die Straße, habe meine Zeit genommen, meine Chancen genutzt, das ist Eye of the Tiger, das erkenne ich. Jetzt bin ich wieder auf den Beinen, nur ein Mann und sein Überlebenswille. Das ist Eye of the Tiger, das ist einfach. Da ist kein, da ist gar kein Glas. Das ist leicht zu erkennen. So, weg mit den Glassplittern. Alles in die Leiche reinstecken, so macht man das. So. Dann machen wir hier alles dicht. Ob hier alles voller Blut ist, ey. Meine Hose hatte auch schon mal bessere Zeiten gesehen. So. Wir hatten noch irgendwelche Sachen zum Wasser auffangen noch, ne? Stieltopf. Ja oder ne, den behalten wir vielleicht auch eher zum Kochen. Oh, hier ist sogar noch Wasser drin. Cool. blsgbmrdtipz sagt, du könntest nie wissen, wie es ist ein Blut wie im Winter, gefriert wie Eis, und da ist ein kaltes, einsames Licht, das von dir scheinst du wirst, wie das Wrackenten, das du hinter deiner Maske versteckst. Wrack behind your mask? you could never know how it is when your blood freezes in winter, oder was? Oder ist das dieses Frozen Lied? Ist das das Frotzen Lied? Bestimmt, ne? Ich habe keine Ahnung. Nein? Dann weiß ich es nicht. Das wäre mein einziger Gäst gewesen, wegen dieser Eisgeschichte da. Okay, jetzt müssen wir gucken. Hier kommen Sachen rein, die gefroren sein müssen. Davon haben wir nichts. Hier kommen Sachen rein, die zumindest gekühlt werden müssen. Da gehört das ja schon mal nicht zu. WLSGBMODTIPZ sagt und dachtest du, dieser Dummkopf könnte niemals gewinnen? Nun, schau mich an, ich komme wieder zurück. Ich habe auf einfache Weise einen Vorgeschmack auf die Liebe bekommen und wenn du es wissen musst, während ich noch stehe, verschwinde einfach. Weißt du nicht, dass ich immer noch besser stehe als je zuvor? Sieht aus wie ein echter Überlebender und fühlt sich wie ein kleines Kind. Ich stehe nach all der Zeit immer noch. Ich hebe die Scherben meines Lebens auf, ohne dich. Sieht aus wie ein echter Überlebender und fühlt sich wie ein kleines Kind. Die Zeile, das kenne ich doch. Looks like a true survivor, feels like a little child. Ah, das kenne ich. Nun, schau mich an, ich komme wieder zurück. Nee, komme ich aber nicht drauf. Ah, die eine Zeile da, die kenne ich wohl. Ach du Scheiße, warum blute ich denn? Palla. Ich habe mich beim Glas aufheben geschnitten, bestimmt. Oh, wie dumm. Ja, mach ein Pflaster drauf, soll wohl reichen. blsgbmrdtpz sagt, ich stehe immer noch. Ach, I'm still standing. Ja, ich stehe immer noch. Ja, 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 Ich wollte es eben sogar sagen, aber dachte, wegen den anderen Texten, dann, nee, ist es doch nicht. Ja, ja, ich stehe immer noch. Ja, 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 ich stehe immer noch. Ja, ja, I'm still standing, ist es. Hätte ich es doch gesagt. Eigentlich, eigentlich wusste ich es. Das passt alles. Mal essen, das einsortiert werden will. Nee. Getränke. Ah, nee, ich bin schon wieder zu weit vorgegangen. So, hier unter der Spüle, oder wo, wo haben wir hier die Töpfe reingetan? Noch nirgends. Okay. Hier unter der Spüle, dahin kommt die Tranchiergabel und der Bräter. Außerdem die Backform. Der andere Bräter kommt auf die Farm, weil ich nicht weiß, ob da einer ist. Ofenhandschuh, der andere Stiltopf. Der andere Stiltopf. Und der andere Stiltopf. Wörter oder alte Melodien zu finden, er drehte sich zu mir um. Jetzt fängt er es in unserem Fall vor allem Alkohol. Es wartet dort auf dich. Hear the drums echo in tonight. Genau so nämlich. Fühle jetzt um hier. So. So. Das passt. So. Und hier und hier kommen unsere ganzen Dosen rein. Außerdem kommt da rein. Ja, halt alles andere. So Erdnussbutter kommt da mit rein. Marmelade kommt da mit rein. Für Getränke haben wir eine eigene. Tomatenketchup kommt da rein. Jo. Füll um die leckeren Sachen. Alle Köstlichkeiten rein in den Schrank. So. Das war's. Damit haben wir die Küche. Soweit erst mal durch. So. Dann weiter gucken. Das müssen wir gleich alles einsortieren. Das ist heute ein richtiger Autisten-Stream. Alles richtig schön fein säuberlich an den richtigen Ort rein sortiert. Herrlich. So. Hier kommen Kleidung und Behälter rein. Ich habe wieder Salz und so im Inventar vergessen. BDSG-IBMO-DTE-IPZ sagt. Einfach leben, liebe Freisaison-Karte für eine einfache Fahrt. Nichts fragen. Lass mich in Ruhe. Ich nehme alles mit meinen Schritten. Brauche keinen Grund. Brauche keinen Reim. Ist nichts. Was ich lieber tun würde. Gehe runter. Partyzeit. Meine Freunde werden auch dabei sein. Highway to Hell von ACDC. Das habe ich schon bei Saison-Karte rausgehabt. Hier, Season Ticket on a One-Way-Ride, sagt er, glaube ich. Ja, das haben wir erkannt. Aber pack mal Pfeffer und Salz. Von mir aus hier mit rein. Schön, schön. So, hier waren wir für Kleidung. Habe ich überhaupt irgendwelche Kleidung am Start? Glaube ich nämlich nicht. Ja, Gürtel. Gürtel kommen da rein. Faden bitte hier hin. Pateria Uhren. Keine Kleidung. Keine Kleidung. Hier würde ich sagen, Waffen. Haben wir irgendwelche Waffen einzusortieren? Cookie-Machete bleibt im Inventar. Keinerlei Waffen. Die Schere. Ah, ne, die lassen wir noch. Die brauchen wir gleich noch. Ne, passt so. Hier irgendwelche Magazine oder so. Oh, das Popcorn haben wir hier drin übersehen. Hier das Notizbuch auch. So. Nora! Oh Gott, was ist los? Was schreist du so? Willst du mich erschrecken oder was? Was ist da deine Mission? Ah, da war doch was. Was? Wo war was? Was hast du gesehen, Horabilis? Hast du... Eine Spinne an der Wand. Müll. Ach, ja. Ne, ne, das ist alles kein Müll. Das sind alles die guten Sachen. Den Müll haben wir schon rausgeschmissen. Unser Müll liegt hier. Da, wo man ihn nicht sieht, wenn die Hausecke drüber ist. Hier ist jetzt der große Sortierungs-Stream. Die guten Sachen. Ja, die auf dem Boden. BLSG, BMO, DT, IPZ sagt Release Date. 6. Juni 1984. Programmierer, Alexey Paschitnov. Tetris. Wir raten jetzt mal Spiele. Eieiei. Ja gut, das ist einfach. Das ist Tetris. Weil es alt und russisch ist. So. Ne, Waffen haben wir nicht. Dann... Gehen wir jetzt hier hin. Für Medizinkram. Wattebällchen. Stofffetzen. Schmutzige Stofffetzen. Alkoholtupfer. Na, Schlaftabletten. Und, ja, Seife auch. Ist jetzt nicht direkt medizinisch, aber Seife kommt hier auch mit rein. Äh, mehr Wattebällchen. Erstmal viele auf jeden Fall. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann haben wir noch 5 auf Tasche. Die Stifte. Da kommen auch welche von auf dem Müll auf jeden Fall. Schmutzige Lederstreifen. Ah, der Rücken. Oh, wie das knackt. Seid froh, dass ihr das nicht hören könnt. B, L, S, G, E, B, M, O, D, T, E, P, Z, Sagt, Datum der Erstveröffentlichung. 27. Februar 1996 Entwickler. Nintendo. Gamefreak. Creatures. Incorporated. Bei Nintendo-Spielen bin ich natürlich ganz schlecht. Das, in dem Jahr ist doch bestimmt auch irgendein Mario-Spiel rausgekommen. Es kommt auch immer irgendein Mario-Spiel raus. Kaugummi, Kukri. Passt alles so. Und hier. Dieser Stift. Und diese beiden Stifte. Die kommen gleich noch auf den Müll. Ah, Pokémon. Stimmt. Das kann auch sein. Ja, Nintendo. Aber welches Pokémon? 96. Könnte die erste Generation sein, oder? Also. Rot und Gelb. Rot und Gelb. Rot und Gelb. So. Sehr gut. Ah, süße. Da wird Nora auf jeden Fall auch richtig gut mitraten können. Bei der neuen Kategorie. Draht und Kette. Wo kommt denn der Gürtel jetzt auf einmal schon wieder her? Oh, oh, oh. Mann, dieses ganze Hin und Her immer. Ständig übersehe ich irgendwas. Pokémon Road. Das heißt für uns nochmal zurück den Weg. Und hier noch ein Gürtel reintun. Wofür hortig Gürtel? Könnte man fragen. 2006 gab es schon die Wii? Ja, Wii Sports oder so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hast du nur Nintendo Titel auf Lager? Was ist das denn? Äh, die Gürtel, daraus können wir nicht Sachen craften. Darum horten wir die gerade ein bisschen. Ja, Magazin und Bücher. Wo kommen wir die hin? So, oh, keine Ahnung. Hier ins Regal. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann für unsere große Sortierungstour machen wir uns die Tasche hier mal leer. So. Den ganzen Kram packen wir jetzt hier rein. Ich hoffe, das passt. Oh, könnte knapp werden. Die Kukri wiegt ja schon 2,5. Na, sieht doch gut aus. Hm? Wii Sports. Ach, guck mal. Habe ich doch gesagt, ne? Wii Sports. Na? BLSG-IBMO-DTE-IPZ sagt Datum der Erstveröffentlichung. 8. November 2013 Entwickler. Der Indie Stone. Indie Stone. Hm. Komme ich so nicht drauf? 2013? Ach, ist das Project Samboyed? Versuchst du mich hier zu tollen? Ist Indie Stone der Entwickler von Samboyed? Ja, ja. Ja, habe ich mich nämlich gerade noch daran erinnert, dass, ähm, Samboyed auf jeden Fall seit 2013 da ist. Tü-tü. Ah, jetzt wird's ja auch noch dunkel. Ist doch ne Scheiße. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, packen wir hier den ganzen Kram rein. Und dann haben wir gleich relativ leere Taschen und können dann richtig schön sortieren gehen. Boah, geil! Richtig schön absortieren. DT-EBZ sagt Datum der Erstveröffentlichung. 9. Mai 2013 Entwickler. Anton Wallin-Genre. Browserspiel. Browserspiel. Keine Ahnung. Zählen da Handyspieler auch zu? Kein Schimmer. Ah, nee. Obwohl, erst mal hier leer machen. Ah, beziehungsweise nicht die Magazine. die sollen da ja drinnen bleiben. Ach, Geogesser. Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber auch schon seit 2013. Hätte ich auch wieder nicht gedacht. Hey, jetzt hat er es abgewählt. Schwein. Nee, das Buch ja gerade nicht. Goil? Was? Was ist so Goil? Werbung ohne Bild. Ach, Nora. Was ist da immer bei dir los? Das ist doch nicht normal. So, schön die Taschen voll machen. Schön, WD-40. Das braucht's. Boah, keine Ahnung. mit den Nintendo-Spielen immer irgendein Mario. In Tetris bist du echt langsam? Ich habe ewig keinen Tetris mehr gespielt. Ich habe es früher auch in Game Boy Advance gespielt und danach nur noch einmal und zwar einen ganzen Abend mit einem Kumpel zusammen auf der Playstation. Da war ich am Anfang auch echt langsam. Aber mit der Zeit, weil ich halt den ganzen Abend gespielt habe, haben wir uns am Ende des Abends immer richtig hart gebettelt. Das war immer schon was. Oh, schöner Tetris-Abend. Wer kennt es nicht? Mario Galaxy, juhu. 2007? Dass das alles so lange her ist, Mann. Da fühlt man sich richtig alt. WLSG-IBMO-DTE-IPZ sagt Datum der Erstveröffentlichung 23. Juni 1996 Modus Einzelspieler-Entwickler Nintendo Nintendo Entertainment Analysis & Development Weiß ich nicht. Wieder Super Mario oder Pokémon oder Zelda. Haben die sonst noch was? Splatoon Welches? Okay, 96 Super Mario Bros. 2 Ich glaube, das ist das Super Mario, das ich auf dem Game Boy hatte. Aber nee, das müsste später sein. Super Mario Bros. 1 New Super Mario Bros. Es gibt so viele. Oder das allererste Mario. Nee, das ist älter. Mario 64 Das war 96 Da war ich 2 Krass Das ist die Trips fühlt sich sehr alt Editionen Warum muss das alles so lange her sein? Ich hätte gedacht, das wäre später gewesen weil ich einen Kumpel hatte der hatte einen N64 Nee, hat er nicht Der hatte einen Gamecube Oder hatte der einen N64 Der hat auf jeden Fall Mario 64 draufgehabt Vielleicht gab es das auch für den Gamecube Ja, Mario 64 war auf jeden Fall richtig gut Los, jetzt machen wir hier voll die Taschen Zip, zip, zip So, langsam aber sicher wird es immer sauberer und ordentlicher hier auf dem Boden Wo unser Loot von mehreren Loot-Touren verteilt liegt So Und Sortierungszeit Bücher und Zeitschriften Das ist dann nicht San Andreas Das ist dann Vice City Oder GTA 3 Aber wenn GTA San Andreas 2004 war Alles klar Vice City Danach kam nämlich San Andreas In San Andreas ist halt einfach meine gesamte Jugend reingeflossen Was? Was? Doch San Andreas What? Nee Das macht aber Sinn weil ich habe es ja nicht gleich bekommen Das war ja ab 16 Das war richtig umständlich und hat richtig lange gedauert Bis ich erstmal davon erfahren habe dass es das Spiel gibt Und bis ich es dann endlich in meinen minderjährigen Fingern halten durfte Ja Ich habe das wahrscheinlich erst 2006 oder 2007 oder so gespielt dann könnte ich mir gut vorstellen Aber dafür habe ich dann jahrelang nichts anderes mehr gespielt Aber ich frage mich wie lange es dann gedauert hat bis ich es das erstmal durchgespielt habe Das ist nochmal eine ganz andere Frage Ich glaube ich habe irgendwie ein Jahr gebraucht um Wrong Side of the Tracks zu gewinnen die Mission Weil ich es irgendwann aufgegeben habe und dann eine Zeit lang was anderes gespielt habe All you had to do was follow the damn train CJ Richtig traumatisches Erlebnis Fucking Big Smoke Alter Und das alles umsonst Am Ende verrät er einen trotzdem BLSG IBM DTE IPZ Sagt Release Date 10. November 2009 Modus Mehrspüler Entwickler Infinity Wart 2009 Also das erste Infinity War COD war Modern Warfare Aber ich weiß jetzt nicht ob es das ist Ich würde sagen Call of Duty Modern Warfare oder World at War Wahrscheinlich Modern Warfare 1 So Haben wir Kleidung Jo Das hier bitte alles Zerreißen bitte Ah ich bin dumm Ich habe die Schere natürlich weggepackt Ja das ist natürlich nicht richtig Mal Warfare 2 Oh hier müssen wir erst Platz schaffen oder was Ähm Okay Dann packen wir erstmal Werkzeug weg WD40 Säge Hammer Schrauben Nägel BLSG BMO DTE IPZ Sagt Datum der Erstveröffentlichung 18. November 2011 Modus Mehrspüler Designer Markus Besson Jens Bergenstein Minecraft Marcos Besson Ist doch Notch oder nicht Minecraft ist Minecraft ist äh Jünger als Modern Warfare 2 Hätte mir das einer gesagt hätte ich es nicht geglaubt Äh Craziness Craziness Waffen Ne ne Für Waffen hab ich schon Regal Stimmt Ne Mir Diple Kabel Kabel Die kommen hier noch rein So Dann habe ich jetzt aber bitte genug Platz um eine Schere aufzuheben Gib Schere Danke sehr So Dann fangen wir jetzt mal direkt an hier Jeanshorts zerreißen. Gibt die Leder. Ne, dann behalten wir die. Das behalten wir. BLSG-IBMO-DTE-IPZ sagt jetzt VLT mal ein schwereres Datum der Erstveröffentlichung. 14. April 2001 Entwickler. Nintendo Entertainment Analysis & Development Modus. Mehrspieler. 2001 Nintendo. Mehrspieler. Wii Sports hatten wir ja schon. Mario Tennis oder Mario Kart. Das ist alles, was mir zu Nintendo Mehrspieler einfällt. Splatoon ist Nintendo und Mehrspieler, aber das kam viel später. Nicht Mario Kart und nicht Mario Tennis. Mario Soccer? Oder zählst du Pokémon als Multiplayer, weil man mit dem Linkkabel da was machen kann? 2001. Oha, das ist schon richtig am Hungern hier. Da müssen wir gleich mal was naschen. Da müssen wir gleich mal was naschen. Das ist schon mal was. Da müssen wir mal was machen. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Ne, das ist jetzt Schlüssel. Und... noch dreimal Stiefel. Wie gierig ich einfach diese ganzen Stiefel loote die ganze Zeit. Ich habe so viele Stiefel. So oft kann ich gar nicht sterben oder meine Stiefel irgendwie anders verlieren. Ich horte die einfach richtig. Feuerwehrhose. Und eiserne Waldläuferstiefel. Zwei Stück. Bergbauhelm. Arbeitsjacke. Ja. Und warten. Meine Motivation zu zocken ist kaum 90% gesunken. Hast du wieder irgendwas Ergrindetes verloren? Hast du wieder irgendwie 6 Stunden Grind Progress verloren? Ja, ich bin so im Arsch. Egal. So. BLSG EBMODTE IPZ sagt ein Tipp. In dem Spiel bist du der einzige Mensch aller anderen. Charaktere sind Tiere. Animal Crossing? Ne, Quatsch. Animal Crossing hat ja andere Menschen. Der einzige Mensch aller anderen sind Tiere. Wie? Ja. Achso, Animal... Ne, Harvesten habe ich gedacht. Ja, Animal Crossing. Den Shit habe ich nie angerührt. Animal Crossing hat mich immer sowas von 0,0 interessiert. Animal Crossing. Ich habe es aus Versehen gelöst. Eigentlich wollte ich Harvest Moon sagen. Lol. Und ein Millimeter Mac. Ah, das fahre ich hier. Was kam hier rein? Zeitschriften. Ah, ich habe doch noch Muni. Die kommt hier natürlich auch rein ohne Ende. So. Hier. So. Jetzt hätte ich da schon fast wieder super viel im Inventar gelassen. Das Spiel meiner Kindheit. 800 plus Spielstunden über drei Teile verteilt. Ah, den Reiz daran habe ich nie nachempfinden können, ey. Dann doch lieber Harvest Moon. Harvest Moon Friends of Mineral Town. Das habe ich richtig viel gespielt. Aber am PC über den GBA-Emulator damals. Und ich habe... Ich war da so mega einfach kapitalistisch in dem Spiel. Ich habe diese ganzen coolen Sachen nicht gemacht. Wie irgendwie heiraten und an Stadtfesten teilnehmen, seinen Hof ausbauen. Ich bin einfach nur morgens in die Mine. Habe bis zum Umfallen gearbeitet. Und habe dann am nächsten Tag mein Geld abkassiert. Und bin dann wieder in die Mine. Und nachts bin ich immer oder abends einmal in die Bar, um Glas Wasser zu trinken. Und bin dann wieder abgehauen. Und das hat mir sogar Spaß gemacht. Das sagt bestimmt Sachen über mich aus. Da habe ich einfach nur die Mine gegrindet. Den ganzen Tag. Jeden Tag. Ach, den Minirock, den haben wir nicht eingepackt. BRDSG, IBM, ODT, IPZ sagt Erscheinungsdatum. 3. März 2017 Entwickler. Nintendo Entertainment Planning & Development Modus. Einzelspieler. Harvest Moon. Die ganze Zeit nur mit deinen Nintendo Titeln da. Nein? SimCity ist aber nicht Nintendo. Planning Development. Also ein Aufbauspiel quasi. Ah, von Nintendo? Und nicht Animal Crossing. Nintendo Titel, Geo und Fifa. Bisschen ein Inselwissen. Ah guck mal, Call of Duty kanntest du ja auch. Immerhin. Essen. Ne, trinken. Hier. Nicht verderbliches Essen. Erdnuss Butter. Und brauner Zucker. Und brauner Zucker. Honig. Und Gummiewürmer. Mach doch hin bitte. So. Da. Die Mario kommt in den Kühlschrank. Bevor die hier kaputt geht. Und da haben wir hier Kaffee. Der kann mit hier rein. Und dann haben wir fast leer gelootet. Aber wir brauchen dann noch irgendeinen Schrank für so random Sachen. WMOD der EPZ sagt Datum der Erstveröffentlichung. 15. Juni 2018 Herausgeber. Innerslos Modus. Mehr Spiele. 2018. Innerslof. Innerslof kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wüsste ich jetzt nicht welches Spiel von denen ist. Das sind so Sachen wo ich nicht weiß wohin damit. Die packen wir erstmal hier rein. So. Die Gießkanne kommt noch hier zu. Und zu den Blechdosen kommen glaube ich noch ein paar dazu jetzt. Weil verhungern wollte ich jetzt auch nicht. Ey. So ähm. 4 Millionen gestern weggeschmissen weil nichts geklappt hat. Und gerade die Meldung bekommen. Dass das was ich gestern gekauft habe. Und für 18 Stunden Heizungen habe ich. sollte onlinezeit abgelaufen ist was mich ja auch nur eine million gekostet hat blsg bma dta ipz sagt ich bin der meinung es ist besser als ein anderes bestimmtes spiel was du lieber magst ach among us stimmt ja ja die haben dieses pault hier als die milch ist verrottet stimmt in a slot die haben dieses fault hier als logo nee lass lass die milch bitte dass die dass die finger von der milch die ist nicht mehr gut die schönen sachen in die taschen rein naja ist halt nicht spannend blsg bma dta ipz sagt datum der erstveröffentlichung 4 august 2020 modus mehr spieler entwickler mediatonic designer joseph walsch plattformen nintendo switch playstation 4 xbox one playstation 5 microsoft windows xbox series vor zwei jahren mediatonic designer joseph walsch weder den entwickler noch den designer sagt mir irgendwas aber ist hier auch mal irgendwo was zu essen dabei jetzt hier wir machen sie erst mal ein paar dosen auf jetzt also können wir jetzt nicht weil wir voll sind oder was nö ja mach doch jetzt auf macht er einfach nicht was ich ihm sage ich glaub ich ja nicht vorgeist hä aber das ist doch ach so nee das ist von devolver gepublished aber nicht entwickelt über devolver entertainment wäre ich drauf gekommen blsg bma dta ipz sagt datum der erstveröffentlichung 4 november 2013 modus einzelspieler spiel engine unity entwickler ludian studios teilen das ist rinworld teilen silvester ist der entwickler genau und ludian ist sein sein studio 2013 war aber echt mal ein gutes spielejahr gerade so für indie titel somboid und rinworld da müssen in dem jahr irgendwie die sterne richtig gestanden haben aber ich bin am verdursten da wollen wir vielleicht mal was gegen machen oder hier heute noch mal die saline rein unterwegs alles ist schon leer oder was trink mal die badewanne oder aus der toilette das ist auch hauptsache nicht mehr abkratzen blsg bma dta ipz sagt datum der erstveröffentlichung 1. september 2020 herausgeber paradox interactive 2020 imperator rome oder ist crusader kings schon so alt ne ck 3 ne crusader kings 3 imperator rome ist glaube ich sogar noch ein zwei jahre älter ein du kommst nicht ins bett bevor wir hier nicht fettig sind mein lieber da hast du das alles gelootat jetzt musst du auch alles einräumen Ja, wir sind voll. Moment, habe ich hier gerade aus dem Falschen rausgelootet? Aha, wie dumm. Okay. Okay, Bücher und Zeitschriften. Und VHS. So, all diese Sachen. Ah, den falschen Container. Ausgeräumt. Und wieso habe ich das Buch hier dreimal? Ich hake mir das doch alles immer extra ab. WLSG eBMODT IPZ sagt Datum der Erstveröffentlichung. 2. August 2012 Entwickler. Supercell herausgeber. Supercell. Supercell kenne ich nicht. Heißt das Spiel vielleicht Supercell? Supercell. Ne, Supercell sagt mir nichts. Supercell. 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 Clash of Clans. Ja, gut. Das ist nichts, was ich spiele. Die hauen die Bücher ins Regal. Bücher, Bücher, Bücher. Super geil. So, ich hier. Aber da haben wir auf jeden Fall ein paar mehrfache, ey. Ei, ei, ei. Zick, 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 zick. Und die nächste Runde. Diesmal auf jeden Fall keine Bücher mehr am Start. So, die Lagen. Bald haben wir es. Und eine gute Dose, vier sicher. Ja, sicher. Auch das darf nicht fehlen. Aber sogar das Spiel ist gelangweilt davon und gibt uns keine Musik mehr. Zack. Und wir können wieder. Wir fangen wieder hier unten an. Bei der Kleidung. Haben wir in irgendeinem Container Kleidung. Wir haben noch mehr Stiefel. Oh, unsere geile alte Gesichtsmaske. Können wir die kaputt machen? Nee. Dann packen wir die auch rein. Cool. Im taktischen Gürtel hätten wir neunmal Schuhe, die wir tatsächlich alle zerreißen wollen. Wir haben eine Rollkragenpullover. Die Motorradhelm. Oh, passt schon nicht mehr. Okay. Ja. So, den zweiten Schrank aufgemacht. Hat die Stiefel hat da auch nicht mehr reingetan. Aber hier zumindest alles. So, mein Lieber, dann mach mal hin. Hier 17 Sachen. Ja, nee. Die Sachen aus dem Schrank natürlich nicht. Warte mal. Da müssen wir mal kurz vorm Schrank weggehen. So, diese neun Schuhe nur. Jo, alles zerreißen. Zerreiß. Zerstören. Für viele, viele schöne Lederstreifen. Was ist denn das hier für ne Jacke, die hier noch aufgeführt wird? Ist die hier auf dem Boden? Hä? Oder hab ich die an? Warte mal. Hä? BLSG eBMO DT IPZ sagt Datum der Erstveröffentlichung. 18. September 2020. Entwickler. Kinetic Games herausgeber. Kinetic Games Modus. Mehrspieler. Nee, Kinetic Games kenn ich auch nicht. Schuhe. Schuhe. Was ist das für ne Jacke? Und wo holt er die raus? Ah, das ist die Schuhe. Noch ein paar Schuhe. Was war jetzt mit dieser Jacke? Na, komisch. Komisch, komisch, komisch. So, aber Kleidung haben wir jetzt komplett einsortiert, oder was? Ja, dann kommen wir jetzt zu Waffen. So, die Machete bleibt im Inventar. Schrotpatronen haben wir. Und das war's. Hier haben wir noch mehr Schrotpatronen. Und so ne Scrap Weapon. Und dann haben wir hier ne Eisenachs. Einen Schlagstock. Unterschiedlichste Patronen. Und... Das war's. Bis zum Sonntagsspielen. Äh, Phasmophobia dann, ne? Wenn's von 2020 ist. Magnumpatron. Ja, ja. Noch mehr, aber ne andere. 38er Spezial. Ja. Und... Na, wie viele haben wir denn davon? So, das war's. Dann haben wir hier unser Regal für Zeitschriften und Magazine. Comic-Hefte. Hm-hm. So, Suchmagazine, Zeitschriften. Oh, einzeln legt er die ab. Meine Güte. Medizin und Nähsachen. Ah, Vitamine. Ah, Vitamine. Schmerzpillen. Schlaftabletten. Schrupperton. Schrupperton. Habt ihr mal Schlaftabletten bekommen, wegen irgendwas? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die bei mir nicht wirken. Lederstreifen kommen hier rein. Äh, Lederstreifen kommen hier rein. Und... Sehr viel Süßkram in den Taschen. Ah, fangen wir mal hier an. So. Zucker verdirbt nicht, kommt hier rein. Tee ebenso. Was soll's gewesen sein? Hier Getränke. Haben wir den Weißwein. Ich hab irgendwann mal Schlaftabletten bekommen. Und die waren so stark, dass es hieß, ich soll nur eine halbe nehmen. Aber es hat gar nichts gebracht. Dann hab ich irgendwann eine Ganze genommen. Und das hat auch nichts gebracht. Und dann war ich irgendwie so an einem Punkt, wo ich dachte, okay. Es wirkt nicht. Aber der Wirkstoff ist ja trotzdem da. Und dann hatte ich Angst, äh, trotzdem noch mehr zu nehmen. Ja, und dann hab ich das Thema Schlaftabletten einfach abgeschlossen. Na, Schoki, Schneekugeln. Dosen viel sich hier auch, doch, doch. Und der Schokoladen. Scheint ja alles nicht zu verderben. Verrottete Milch, ja, die kommt leider auf den Müll. Wir haben noch mal Rotwein. Und sechs Flaschen Orangenlimo. Also Fanta quasi. Und sechs Dosen Brause. Wahrscheinlich Monster Energy oder so. Brause. Das ist ja auch so ein Wort, das sagt keiner mehr, ne? Ich weiß auch, in meiner Kindheit da war das noch geläufig. Brause. Was sagt man heute? Limo? Ne, Softdrink? Bonkis? Eigentlich die Plane. Müsli. Dörfleisch. Außerdem. Thunfisch und Chips. Na, Waddis, wie geht's? Bist du auf der Suche nach was zum Einschlafen, dann bist du hier absolut richtig. Denn wir machen eigentlich nichts anderes, außer unseren ganzen Loot rumzusortieren. Darum guckt dir heute auch kein Mensch zu. Heute ist nicht aufregend. Heute ist super entspannt zum Runterkommen und Einschlafen. Ja, siehste, deine Großeltern in Thüringen, die sagen noch Brause. Siehste, sag ich doch. Das ist nix, das heute noch so benutzt wird. Oh, shit, der Strom. Scheiße, gerade... Okay, heute ist der Strom ausgefallen. Und ich hab immer noch keinen Generator. Ja, fuck. Alter, ich bin komplett im Arsch. Soll ich jetzt einen Generator suchen gehen, oder was? Mann. Alter, das wird doch nix, ey. Das ist doch jetzt wieder ein richtiges Suizidkommando. Warum muss denn gerade jetzt der... Oh, und auch zu Hause auf der Farm. Oh Gott, ey. Ja, auf der Farm, das ist alles RIP. Auf der Farm, da finden wir unseren... Also, da ist alles weg. Da ist alles verrottet. Da müssen wir uns gar keine Hoffnung machen. Hat hier irgendwer eine Garage? Da oben. Ach, nö. Ah, bei mir geht's so, Waddis. Super müder. Erstveröffentlichung. 5. Mai 2009 Modus. Mehr Spieleentwickler. PopCap Games. Nee, kenn ich nicht. Aber freut mich, dass es bei dir alles gut ist, Waddis. Ich weiß nicht. Ich nehm ja immer so die Tage extra streamfrei zum Erholen so. Aber irgendwie fühle ich mich danach nie erholt. Und dann ist ja bald, ähm, Victoria 3 da, ab Mittwoch. Also, da kommen ein paar richtig lange Streaming-Wochen auf mich zu. Oh! Motherfucker, Alter. Vielleicht muss ich mir irgendwann mal ein paar mehr Tage am Schluss reinnehmen. Aber will ich irgendwie nicht. Ja. Komm, hier. Das ist eine große Garage, ein bisschen abseits. Erzähl mir nix. Da ist ein Generator drin. Erzähl mir nix. Ah, guck mal. Du bist bei Victoria auch schon da. Hier, wer war das? Simon ist auch schon in Victoria-Fieber. Balor, der die Mongolen bei GOG ist. Der ist auch schon in Victoria 3-Fieber. Ach, Plans vs. Zombies. Ja gut. Dass ich da den Entwickler nicht kenne, das wundert mich nicht. Ich habe zwar Victoria noch nicht gespielt. Aber seit gefühlt einer Woche gucke ich jeden Tag Victoria-Videos. Um ein bisschen den Rückstand auszugleichen. Weil ich ja erst Mittwoch damit anfange. Dass ich dann hoffentlich schon ein bisschen was kann. Und ich weiß nicht, ob du es im Discord gesehen hast. Aber ich weiß schon genau, welches Land ich spielen will. Eigentlich wollte ich mit Schweden anfangen. Weil es ja quasi mehr oder... Oh, da ist er. Weil es ja mehr oder weniger ein Tutorial-Country ist. Äh, Country. Tutorial-Land ist. Ah, dann habe ich gestern auf YouTube was gefunden. Und... Jo. Da... Da haben sich meine Pläne geändert. Weil das noch wesentlich besser sein wird als Schweden. Ah, das ist ein Geheimnis. Weil es auch ein bisschen was Besonderes ist. Es ist auf jeden Fall was, was ihr... Und wahrscheinlich auch die meisten anderen... Sonst noch nirgends in irgendeinem Wiki-Stream gesehen haben. So, um... Um schon mal ein bisschen anzuheizen für Mittwoch. Auch wenn das ja noch eine Weile hin ist. Ja, morgen ist Bannerlord. Dann ist... Dann ist der Halloween-Stream. Danach stream ich erst mal zwei Tage nicht. Ja, dann ist es schon soweit. Dann ist es Victoria-Zeit. Habe ich von Hand of Blood anfixen lassen. Ah, dann Steinwallen. Ah, gespielt hast du es noch nicht. Dann werde ich es mal anspielen und schauen, ob es was für mich ist. Ist ja eher was für Leute mit Optimierung... Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach... Nicht Krieg, sondern einfach Wirtschaftssimulation. Bei Hand of Blood wusste ich gar nicht, dass der auch was dazu gemacht hat. Ich gucke halt alles von Steinwallen. Ein bisschen was vom Spiffing Brit auch. Und ein Tutorial habe ich mir von Gaius angeguckt. Aber das meiste gucke ich von Steinwallen. Aber keiner, den ich bisher gesehen habe auf YouTube, hat das gemacht, was ich vorhabe. Und das freut mich ein bisschen. Dann haben wir ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ist da eigentlich Sprit drin? Natürlich nicht. Oh, haben wir... Hey, Uppik! Danke für das Follow! Und das, obwohl wir heute den ultra langweiligen... Ich sortiere nur meinen Loot-Ein-Stream haben. Guck mal. Dann hast du hoffentlich umso mehr Spaß, wenn wir auch wirklich mal was machen. Oder ist das Follow schon mal im Voraus für Victoria 3? Steinwallen macht das echt sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Steinwallen, da habe ich auch die ganzen Tutorials für Europa Universalis zugeguckt. Hören Sie mal, Lady! Kommen Sie mal hier hin, direkt zum Müllhaufen, bitte. Danke. Da liegen Sie schon. Perfekt. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich richtig im Arsch bin. So, haben Sie denn irgendwas dabei gehabt für mich? Ne. Nur genervt. Ja, genau. Benzin-Kanister. Habe ich hier zufällig einen? Ach, meine Güte. Ist da überhaupt noch was zu retten? Ja, schon. Ja, schon. In der Tankstelle gibt es noch bestimmten Benzin-Kanister. Das wäre auch echt albern, wenn nicht. Oh, ich darf reinfahren, bitte. Ach, die ist hier ja schon. Ich denke mal, die ist weiter weg. Es ist eine... Aber ich brauche noch einen Generator an der Tankstelle. Oh, er ist hier schon wieder nur hin und her gefahren, weil ich einfach nicht nachdenke. Wir haben hier auf jeden Fall Kram zurückgelassen. So viel ist klar. Jetzt sagt mir nicht, die Tankstelle hat keinen Benzin-Kanister. Dann ist aber... Schwierig jetzt. Boah, ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl. Nee, die haben hier wirklich keinen. Ja, oh. Wo finde ich denn jetzt einen Benzin-Kanister noch auf die Schnelle? Oh, mein ganzer Kram verdirbt. Oh, mein ganzer schöner, geluteter... Ich habe halt einfach zu lange gewartet, ne? Lärmärz... Oh, Basie. Warten Sie noch, Herr Zombo. Nee? Okay, na gut. Dann kümmere ich mich eben zuerst um Sie. Ich habe mir zu lange auf unserem Strom ausgeruht und mir immer gesagt... Ja, wir haben ja noch Zeit. Irgendwann wird der Strom ausfallen, aber das dauert ja sicher noch. Ja, nee, Pustekuchen. Und jetzt ist es zu spät. Ist in der Feuerwehr vielleicht ein Benzin-Kanister? Und es wird auch schon wieder dunkel. Oh, und dann sterbe ich doch gleich schon wieder. Das sehe ich doch schon wieder kommen. Flammenfalle. Alter Schwede. Also, wem immer dieses Auto hier gehört hat... Der war auf jeden Fall ein bisschen vorbereitet auf die Apokalypse. Ach, Mann. Nee, ich habe keine Zeit. Halt 33 Grad immer noch in die Uhrzeit. Holy shit, ey. Ist ein krasser Sommer hier. Im Werkzeugladen vielleicht. Oh, war da einer? Boah, da waren ziemlich viele Bretter hier. Nee, war da nicht gerade einer. Nee. Komm. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin so müde für solche Schockmomente hier. Ich glaube, es hackt. Alter, wie... Was habe ich denn hier für ein Flutlicht? Ist hier die Feuerwehr? Ja, ne? Ja. Alter Schwede, ey. Das ist ein richtiger Mordanschlag, ey. Oh, das ist... Gut. Oh, hier sind da noch gute Sachen. Aber ich will eigentlich nur einen Benzinkanister gerade. Dachscheinwerfer. Komm. Oh! Bin ich gerade gebissen? Ich sehe auch nichts. Benzinkanister, komm mal. Das kann nicht wahr sein. Mein Nico. Hallo. Guck mal, da gibt es auch direkt... Schaut auf. Ich möchte dir eine Sache zeigen. Kennst du den Kompass? Du weißt doch auch, dass oben immer Norden ist. deswegen sagt er ja auch, hier im Norden kommen sie aus der Stadt. Und du weißt, dass links immer Westen ist. Deswegen sagt er auch hier, im Westen kommen sie aus der Stadt. Aber jetzt rate mal, wo Osten ist. Osten ist unten auf dem Kompass. Deswegen sagt er hier, im Osten der Stadt kommen sie zum Park. Und wenn du richtig aufgepasst hast in der Schule, dann weißt du, dass es nach rechts auch nach Westen geht. Alles klar. Das ist so bescheuert. Süden gibt es da halt nicht. Süden wurde verboten. Ja, sag mal. Wie geht es euch? Wir haben hier heute einen sehr eigentlich entspannten. Jetzt gerade nicht mehr, weil wir gerade ein bisschen Stress haben. Aber an sich entspannten Somboid-Stream. Wir machen eigentlich nicht viel anderes als Sachen einzusortieren. Also wenn ihr irgendwas für den Einschlaf-Lurk braucht, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Also eigentlich wären wir heute nur dabei, Sachen einzusortieren, die wir gelootet haben. Aber unglücklicherweise ist der Strom weg. Und ich finde kein Benzinkanister. Das heißt, ich kann meinen Generator nicht mit Benzin anfüllen. Und das sorgt traurigerweise gerade ein bisschen dafür, dass mein ganzes Essen im Kühlschrank verdirbt. Und das ist in der Apokalypse gar nicht so geil. Und jetzt klappe ich hier ein bisschen die Stadt ab, in der Hoffnung, irgendwelche Benzinkanister zu finden. Zum Beispiel in diesem dieser Fütte hier. Leider ist es scheiße dunkel. Ich höre doch einen Zombie! Wo bist du? Hier. Mann, ich sollte nicht nachts hier draußen rumlatschen. stirbst du bitte? Mann, jetzt geht die Scheiße nicht auf. Hab doch bitte da hoffen sie wieder. Aber weil er dumm ist, kommt er nicht an meinem Oh, Peter, da ist ja noch einer. Oh, der hat eine Polizeischutzbeste an. Aber egal. Nee. Äh. Äh. Nee, lass mein Auto heile, du. Oh, Mann. Äh. Da ist der Nächste, der jetzt aufsteht. Nee, ich will euch alle nicht bei mir gleich vor der Haustür haben. Oh Gott, ist das alles scheiße. Ja, gut. Was soll ich machen? Ich kann hier jetzt wirklich nicht noch länger nachts durch die Gegend latschen, sonst bin ich gleich tot. Dann so traurig das auch ist, müssen wir sagen. Wir finden jetzt erstmal kein Benzinkanister. Da ist die scheiße dunkel. Das heißt, unser ja, sehe ich schon, es ist zu spät, alles. Nein, noch nicht. Hier, so ein paar Sachen sind noch frisch. Gut, wir können uns jetzt mal schlafen legen, falls wir das Bett finden. ja. Und dann gucken wir mal morgen, ob noch irgendwas frisch ist. Ah, ausgeschlafen, 2.20 Uhr, nice. Immer noch stockdunkel. ich bin noch schläfrig, wieso bin ich denn wach? Da kloppt auch kein Zombie irgendwo ans Fenster. Kann ich wieder einschlafen, aber du bist schläfrig. ich höre aber auch kein Zombie. Hab Isworld heute zum ersten Mal gespielt, ist ein echt cooles Spiel. War das das Spiel aus dem Clip? Guck mal Nora, das sah doch ein bisschen so aus, als könnte das was für dich sein. Das ist so scheiße dunkel. APG Maker Trash Game. Nee, Isworld kenne ich nicht. Wenn ich mir Schlaftabletten reinhaue, geht es dann? Snack mal. Lecker, lecker. Na also. Ein Zelda-like in der postapolitischen Welt. Und wir haben es hell. Gut, es regnet auch. so. Ist jetzt schon alles verdorben oder? Nee. Nee, es gibt noch frische Sachen. Okay. Es ist noch nicht alles verloren. Hungrig, schmurig. Wo finden wir Benzinkanister? Wenn ich jetzt die ganze Zeit einen im Auto hatte, dann bin ich aber echt betrübt. nie, nee. Und hier? Nee. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Ne. Eine Garage? Oder vielleicht hinten im Kofferraum von einem Auto. Jetzt kriegst du auch noch Durst, spontan. Oh, da verfolgt uns jemand. Was wollen sie denn, junger Mann? Oh Gott. So. Was ist denn da vorne? Nein, nicht das Fenster einschlagen. Trinken. So, ist das eine Abstellkammer? Nein. Wenn ich ein Benzinkanister wäre, wo würde ich mich verstecken? Hinten im Auto oder in der Garage? Alles drin, nur kein Benzinkanister. Ein Benzinkanister. Du, 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 du. Nee, hier sowieso nicht. Hier, da. Noch eine Garage. Ist die wirklich komplett leer? Tatsache. Danke für nichts. Okay. Und hier sind wir schon wieder in der Innenstadt, Mann. Ach, nö. Hier hätten wir eine Garage. Die ist ja auch komplett leer. Ach, meine Güte. So, hoffen wir mal, dass hier auf der anderen Seite von diesem Zaun nicht 30 Zombies auf uns lauern. Nee. Ah, eine Garage gibt's hier auch nicht. Ah, die Häuser, die werden wir alle noch lupen, früher oder später. Oh. Junge Dame, verfügen Sie über einen sogenannten Benzinkanister? Er hier, guck mal, mit so einem schicken Auto. Der hat doch sicher auch mal einen Benzinkanister, oder was? Sag an. Oh, der hat einen zweiten Generator auf jeden Fall. Das ist auch nicht schlecht. Aber kein Benzinkanister. Aber eine Armbrust. Oh. Ja. Aber trotzdem, es ist es halt wirklich. Jo, gute Nacht. Vielleicht sollte ich das in den Streamtitel schreiben. Langweiliger Einschlapp-Stream. Es wird nur Benzinkanister gesucht. Und Sachen einsortiert. Da war auch keiner. Hinten in dem Auto hier vielleicht. Ja. Jedes Mal dieses kleine bisschen Hoffnung und immer umsonst Jetzt begehe ich mich hier bei ein unerforschtes Gelände Hier habe ich noch nicht sauber gemacht, hier sind noch überall Zombies am Start Dumme Kamera, bleib doch bitte hier Die braunen Schuhe sind gut Die können wir für Lederstreifen zerschneiden und wenn wir Lederstreifen haben dann nähen wir uns die auf die Klamotten auf und dann sind die ein bisschen geiler Müllsack und Klebeband Aha, das hat doch bestimmt so ein Mörder gehört Das hier sieht doch aus wie Benzinkanister Komm, kann ich da nicht an den an den Kofferraum ran? Bin fern Das Ding ist, ich habe halt zu Hause auf der Farm, da habe ich ein paar Benzinkanister Aber jetzt wo ich hier mal welche brauchen könnte gibt es keine Kein Mensch hat einfach einen Da esse ich erstmal eine Gewürzgurke und Lauch Den guten Lauch Aber immer noch Scheint nicht so viel gegen den Hunger zu helfen Dann noch eine Aubergine hinterher Den Generator lasse ich dann erstmal so lange hier bis wir ziehen äh Kanister finden Na ihr beiden Das war unproblematisch Ihr wollt auch ein bisschen Hey Bleibt bitte doch auf den Boden Wir nehmen die braunen Schuhe und den Hive da Ach, ein Polizist war das So Soviel zum Thema Freund und Helfer Kommt er hier und will mich anknabbern Na, noch mehr braune Schuhe Da ist nichts Ich will doch wirklich Nur ein Benzinkanister Wie kann das sein, dass es hier nirgends einen gibt Oh Da ist auch keine Garage mehr Ich meine Ich kann hier noch Mangel suchen, aber Ein Stiefel Ja G-String-Tanga Ich kann noch auch Habe ich eine leere Flasche Ich kann auch ein bisschen Benzin Ah, das bringt ja nichts So eine Einbieterflasche voll Benzin Das hilft ja auch nichts Ja, dann müssen wir wohl Einfach damit leben Oh, scheiße Dann müssen wir uns jetzt wohl einfach damit abfinden Dass unser ganzer schöner Essenskram Och, komm, nö Verdirbt Hey! Nichts, nichts Oh, gute Stiefel Ah, sehr gut Können wir auch zerreißen Komm, mach mal hin Ja, ich möchte Missionen Ganz schnell Benzinkanister finden War ein Fehlschlag Ich habe jetzt schon einen ziemlich großen Teil der Stadt abgesucht Ich könnte es noch da hinten und da oben Aber irgendwann muss man auch sagen, dass das Risiko ein bisschen groß dafür wird Dafür, dass ein paar Würste nicht verrotten Das meiste ist eh schon weg Bei uns zu Hause oben auf der Farm Da ist eh schon alles weg Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall Dass wir keinen Strom mehr haben Und dass wir Ausschau nach Benzinkanistern halten müssen Wäre im Trailerpark vielleicht noch einer gewesen Aber ich weiß ja nicht Vielleicht ja, vielleicht nein Ah, wir haben einen zweiten Generator gefunden Wir haben zwar keinen Benzin, um den zu betreiben, aber Eins nach dem anderen So, wobei waren wir Genau, wir wollten wahrscheinlich gerade das Essen sortieren Als uns aufgefallen ist, dass hier alles verrottet ist Ah, das ist noch frisch Aber ich weiß genau Das hält nicht mehr lange Eigentlich sind hier fast alle Sachen noch frisch Ja, schwierig Jetzt fahren wir gleich nochmal hoch zur Tankstelle Erstmal alles fertig einsortieren Und dann gucken wir mal Ich meine, da ist eine zweite Tankstelle Vielleicht haben wir da ja mehr Glück mit Benzinkanistern So Mmh Mmh Ja, gute Nacht, Schauhwader. Bis morgen. So, lang mache ich hier aber auch nicht mehr. Ah, hier Ressourcen und Werkzeuge. Ressourcen. Ja, würde ich auch als Ressourcen sehen, zack, zack. Blechdosen dagegen nicht. Wir laden sehr wohl. Tür klinken, Tür angeln, Seile. Und noch ein Lacken. Ach, wie lange dauert das denn, eine Türklinke da hinzulegen? Streichhölzer, Mausefalle, Zeitung. Timurator nicht. Aber das Saatgut. So. Dann haben wir ein paar Sachen, die auf den Müll müssen. Und dann würde ich sagen... Oh ja. Okay. Ja. Komm mal an. Hier auf den Müllhaufen. Schon wieder zerreißbare Schuhe. So. Hier auf den Müll kommt das verrottete Essen, die verrottete Milch, die Dosen. Hm. Was ist das hier denn? Warte mal. Hier. Der auch. Gut. Wie sieht's aus? Wir haben ein bisschen Hunger. Sonst ist eigentlich alles fit. Na gut. Dann machen wir's. Ein, zwei Worte würden mir, glaube ich, einfallen, wo wir gucken könnten. Vielleicht müssen wir gar nicht bis zur Tanke. Hier ist auch dieses große Farmhaus. Die sind da ein bisschen abseits. Die haben doch bestimmten Benzinkanister. Komm, enttäusch mich nicht. Hier ist aber auch ... Oh, hier ist aber nicht zu spaßen, ey. Das sind hier tatsächlich mal zwei, drei ... Ah, lass mich mal in Frieden hier. Komm, da ist ein richtig ... Oh Gott. Na, was hab ich getan, Mann? Und steht. Okay. Alter. Okay. Alter. Oh, okay. Oh, was? Oh, shit. Oh, shit. Das ist aber gar nicht gut. Nein, lauf! Ja, nö, ich hab auf... Oh Gott, ich hab ganz plötzlich gar keinen Bock mehr. Sogar keinen Bock mehr auf euren Benzinkanister. Eiliger Schwebe. Okay, kommt mal alle nach hier hinten. Ja, alle schön weg von meinem Auto. Und let's go. Schicke Hose. Nö, ich will einsteigen. Alter. Weg aus dieser Todesfalle hier. Wir hätten damit rechnen können, dass da plötzlich 3 Milliarden Zombies am Start sind. Und hier, die Straße ist auch schon wieder voll. Oh, mit. Den hab ich aus Versehen mitgenommen. Die Straße hab ich hier doch schon zweimal gesäubert. An der Boxer an. So. Tankstelle. Und ansonsten vielleicht noch zu der Villa unten am See. Ich will doch wirklich nur ein Benzinkanister. Ich will jetzt ja kein super rare Loot oder so. Ich will einfach nur ganz schnell einen kleinen Kanister für mich. Hoppala. Oh, da ist zu. Natürlich ist da wieder zu. Was willst du? Ab. Die nächste. Ich hab's. Heilig, Mann. Versteht ihr das? Sogar die braunen Schuhe lasse ich diesmal hier. Hier ist genauso eine Todesfalle. Aber nicht ganz so schlimm. So. Minus 1. Wieso bin ich denn auch schon wieder am Verdurst? Ja, jetzt sitz ich hier. Ja, da ist ja gar keine Tür. Oh, bitte geh auf. Benzinkanister. Sag mir nicht, dass es hier kein Benzinkanister gibt jetzt. Alles umsonst. Dann schleiche ich mich mal. Ganz heimlich, still und leise. Keiner kann mich sehen. Mach bitte die Tür auf. Nee, die waren nicht dann. Oh, ich wurde, ich wurde ertappt. Verdursten. Okay, wir fahren zur Villa. Da können wir hoffentlich safe rein. Dann trinken wir da was. Und gucken, ob es dann Benzinkanister gibt. Wenn es da auch keinen gibt, dann weiß ich ja auch nicht. Wenn es da auch keinen gibt, dann geben wir es halt auf. Da bin ich jetzt ja volles mit reingerasselt. Das ist aber alles noch fit. Oh, der kommt. Oh, Nökan! Warum? am brunnen aber alarm wo die da kommt ja direkt und ich bin gewissen worden ich hab mein ganzes arzneik zeug nicht dabei jeder streifen da ist der alarm vorbei es war wirklich nur dieser eine zombie und der hat mich jetzt erwischt das ist ja zum kotzen was willst du versteckt eigentlich in dir ist das ein katana überlebensmesser wie unglücklich wieder alter schwede der war direkt hinter mir noch der ist nicht alleine ja 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 komm ist hier nicht super special mit polizei keine schutzweste so jetzt verarsch mich nicht schaufeln hier wird es irgendein Benzinkanister geben, das darf nicht wahr sein ah, zwei stück sogar direkt, danke so, jetzt hätte ich ja gerne noch Verbandsmaterial oder zumindest Desinfektionsmittel für meine Wunde und vielleicht was Frisches zu essen na komm, hier Eiscreme, was soll's na gut, immerhin Pflaster nichts zum Desinfizieren na, vielen Dank na gut na gut 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 Dann fahren wir jetzt zurück zu unserer, zu unserer Tankstelle. Oh, die sind ja ganz viele hier auf einmal. Und es wird auch wieder dunkel. Die Scheiße hört nicht auf, beschissener zu werden. Und tschüss. Ja, ja, tschüss, 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 tschüss. Nee, hier sind ja auch noch... Wieso seid ihr denn hier hinten geblieben? Und jetzt ist das Garagentor kaputt. So, leck mich doch am Arsch. Jetzt aber bitte. Ah, auf Wiedersehen, ihr Trottel. So, ich bin dann mal weg. Macht euch hier noch schön mit der Villa. Ja. Wir wurden nicht gewissen, das Auto ist noch einigermaßen heile. Wir haben unsere Benzinkanister, sogar zwei Stück. Das hätte alles wesentlich schlimmer enden können. Aber wie machen wir das jetzt? Ich habe Benzinkanister, um Benzin zu holen. Aber um die Tankstelle anzumachen, brauche ich ja erstmal Initialbenzin. Also, ich muss mir jetzt Benzin in eine Flasche füllen oder so. Und damit kurz den Generator anschmeißen. Lange genug, um an der Zapfsäule die Kanister voll zu machen. Ja. Fuck, das ist ja eine Wand hier. Scheiße, mein Auto, ey. Jetzt gehen wahrscheinlich wieder nur noch halb so viele auf meine Ladefläche. Weil ich gegen eine unsichtbare Wand gefahren bin. So, ab zu unserer Tanke. Da ist es sicherer und schöner. Lake Ivy. Hier sind auch schon wieder welche. Haut doch mal ab hier. Immer an meiner Bude. Der ist ja nackt. Oh, nicht doch direkt neben ihm parken, Alter. Haben sie dich im Schlafzimmer überrascht, oder? Aber bitte sagt mir nicht, ich habe diese Generatorzeitschrift noch nicht gelesen. Ah, das wird ja immer dumm. Okay. Okay. Wir müssen ja eh noch zurück, um eine leere Flasche zu holen. Ah, die ist voll. Da, die ist leer. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir das Magazin. So. Generator-Ding ins Kirchen. Und das halte ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, oder was? Oh, sag mir nicht, das ist hier zu Hause auf der Farm. Ah, da ist sie. Betriebseinleitung für Generatoren. Jetzt ist es natürlich komplett dunkel, wenn wir die durch haben. Heute will mich das Spiel echt tot sehen. Oh, Alter. Ja, jetzt sind die Laternen auch leer. Jetzt ist es hier nachts nochmal dunkler als sonst schon. Oh, da kommt der Nächste, ey. Ah, weiter Stiefel auf dem Mantel. Bitte schnell, bevor uns einer beißt. Und die ganze Zeit der strömende Regen, ey. Das Spiel hat echt Bock, dass ich hier heute nochmal draufgehe. Aber nein, sag ich, Spiel. Nein, nein. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. So, hier die Karo von diesem komischen Survivor. So, wie geht das jetzt? Da. Ja, wie dumm. Wieso habe ich denn die Flasche zum Umfüllen mitgenommen, wenn ich Benzinkanister habe? Das war ja wirklich blöde. Ah, ich zapfe Benzin vom Kofferraum ab, natürlich. War da gerade ein Zombie? Ich höre da doch wehen. Ah, auf dem Boden kriegt er. Sexy Zombie. Mit Netzstrumpfhosen und... Raubäustiebel. Ah, guck mal. Ah, ist das schön und hell. So, jetzt wäre ich vom Blitz getroffen, oder was? Vereil dich doch bitte ein bisschen. So, und let's go. Wir müssen nur noch nach Hause fahren. Ja, fucking Gewitter, Mann. Wenn wir diesen dreckigen Scheißtag endlich überstanden. Und jetzt ist wahrscheinlich... Jetzt, wo wir alles haben, ist alles im Kühlschrank verrottet. Und alles war umsonst. Das war's. So, voll machen. Oi, moin, Nora. Jo, hier knallt es richtig. Ordentlich am Gewittern hier. Und? Okay, drei Sachen sind hier noch verrottet. Ah, der Rest ist noch fein. Wir haben drei Sachen verloren, der Rest ist noch in Ordnung. Und hier? Ah. Ah! Woran bin ich denn jetzt abgekratzt? War ich am Bluten? Wovon? Warte, du bist ja noch wach. Oh. Okay, haben wir irgendwas verloren? Nicht wirklich. Wir haben ein Level in Standhaltung gelevelt, der jetzt weg ist. Aber sonst nichts. Aber die schön 52 getöteten Zombies. Woran bin ich denn abgekratzt? Hier, schlaflos wollten wir vielleicht rausnehmen. Dann hätten wir wieder zwei Punkte offen. Kiffer. Katzenaugen. Anmutig. Appetitlos. Aber das kostet schon vier. Herzenaugen. Fangen wir aus. Modrun 1, Version 3. So. Warte, was ist jetzt? Was? Was ist der Tremors Trailer? Was? Hä? Ich würde ja nachgucken. Er darf nicht aufs IoT zugreifen. Ja, weil der Stream noch läuft, ne? Im richtigen Moment mache ich meist kurz auf. Ja, ich glaube auch. Da sind wir. Wahrscheinlich wurde ich irgendwo gebissen oder so. Oder nee, ich bin ja kein Zombie geworden. Ich war nicht infiziert. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist die Survivor-Bude hier unten im Trailerpark. Hier bei unserem ersten Auto. Das haben wir komplett gelootet, ne? Ja. Guck mal, wir sind gar nicht weit weg. War es die Platzwunde? Ne, da hatte ich ja einen Pflaster drauf. Obwohl, vielleicht reicht ein Pflaster nicht bei einer Platzwunde. Man verblutet trotzdem nur langsamer. Ja, schade. Aber du hast deine Aufgabe erfüllt. Du bist lebendig hier mit einem Generator und Benzin angekommen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Du warst gut. Hörst du? Du warst gut. Du warst gut. Du warst gut. Das muss ich gerne sehen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. was wir alles hatten. Ja, zieh das erst mal alles an. Vielleicht eine Infektion. Nee, das hätten wir gemerkt. Glaube ich. Das wäre auch nicht so schnell gegangen. Entweder wurde ich unterwegs irgendwo nochmal gekratzt, ohne es zu merken. Aber mir wäre glaube ich ein blutendes Symbol aufgefallen. Oder doch eine Infektion. Ja, keine Ahnung. Das wird für immer ein Rätsel bleiben. Anziehen. 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 Na gut. Eine weitere Leiche. Aber diesmal schmeißen wir ihn nicht einfach auf den Müll wie sonst. Nein, nein. Wenn wir die Schaufel schon in der Hand haben, dann hat er was Besseres verdient. Nach dem, was er hier für uns vollbracht hat. Mit dem Generator. Er kriegt ein richtiges Grab. Gut, man sieht es jetzt nicht wirklich, aber es ist da. Komm her, du Held. Schade. Das erste Mal jetzt Blut außerhalb von unserer Garage in unserer Bude drin. Leiche begraben, ja. Ja. Den haben wir glaube ich begraben. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wissen wir es genau. Ach ja. Na gut. Dann weiter im Text. Wir waren ja dabei, unseren Kram hier verdammt einzuräumen. So, vielleicht kriegen wir sogar alles Restliche jetzt noch weg. Ah, da wird der Boden sauberer und sauberer. so, zack, 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 zack. Da sind die Platten weg. Da, die Stiefel werden eingepackt. Da, die Stiefel werden eingepackt. Und die letzten Sachen. Wir werden auf jeden Fall alle unsere Missionen heute noch abschließen. Wir räumen die Basis auf und wir haben Benzin geholt. Und zumindest, weiß ich nicht, ist es der Großteil von unserem Kram, den wir im Kühlschrank gerettet haben? Weiß ich gar nicht. Werden wir jetzt aber nachgucken. So, hier sind Küchenutensilien. Da sind Getränke. Sechsmal Brause. Und That's it an Getränken. So. Hier Unverderbliches. Das hat alles zum Beispiel. Hallo, Radar. Diamond 2. Nice. Glückwunsch. Wann denn? Jetzt gerade um die Uhrzeit noch. Diamond 2 geworden. Oder hast du heute Nachmittag gegrindet? Holy shit, ich bin am Verrecken schon wieder. Warum? Was denn? Weil ich ausgelaunt bin? Was? Hallo, Schlaf. Was habe ich denn? Ach so. Zu stark beladen. Ach so. Ja, dachte ich nämlich auch. Ich bin immer zu stark beladen, aber so schlimm sah das noch nie aus. Vielleicht sollte ich mal was trinken. Wo ist es? Hä? So. Oder habe ich es in der Hand? Was? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Er hat schon getrunken. Es sinkt aber auch nicht weiter. Ah, holy shit. Was genau? Was war das denn jetzt bitte? So. Dann sortiere ich mal weiter ein. Übrigens, Andy, willkommen bei unserem super langweiligen Wir sortieren die Sachen ein-Stream. Ja, ich habe eine Gasmaske auf. Warum? Ist das... Nee, Working Masks Mod habe ich aber nicht auf. Die ist aus der Stalker Mod. Da. Nee, nicht mit der Mod. Ja, ich weiß. Die ist nur kosmetisch. Hm. Ja. Ist ein bisschen beunruhigend. Mal einfach so lebensgefährlich verletzt. Verletzt aus dem Nichts. Tödliche Verletzungen. Da ist keine tödliche Verletzung. Ja, ich glaube auch, ey. Hier. Komm, räume mal einen jetzt hier. Der Messi-Haufen ist aber schon fast weg. Und du hast eben unser großes Abenteuer auf der verzweifelten Suche nach einem Generator und Benzinkan ist dann verpasst. Das war auf jeden Fall nervenaufreibend. Ach, guck mal, wir sind schon. Nee, hör auf, wir sind doch schon. Ach, gut. Gönn dir was. Hast du verdient. So. Den Breta. Bücher, Hose. Nichts zu essen. Oh, verrottet. Genau, wir wollten gucken, wie viel von unseren verderblichen Sachen hat es denn überlebt. Schon der Großteil. Ja. Wir haben auf jeden Fall mehr gerettet als durch Verderbnis verloren. So, die letzten paar Sachen von unserem Schrotthaufen. Der steigt aber auch nicht. So, wir sortieren das jetzt alles ein und dann ist alles wieder gut. Dann ist alles wieder gut. Die Batterie als einziges, ey. Die muss noch warten. Okay. Halt aus. Oh, das sinkt ja sogar. Alles weg. So. Ja, Kleidung. Stiefel, der Mantel nicht. Aber der... Nee. Nee, nee, nee. So. Nee, so. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Aber die hier. Die. So. Das kommt alles da rein. Sie kommen da rein. Ah, boah, ich ne so viel die kugelsichere Westen her. War fleißig am Guten gewesen. Ja, pack das mal erstmal. Alles weg hier. Dann geht es dir gleich auch wieder besser. So, siehste. Das wird Stück für Stück weniger. Hier ist Damoklesschwert da. Ah, hier. Das zerreißen. Das auch. Äh. Ja, nicht 23. Wie wäre es denn einfach nur mit den Sachen hier im Stack? So, die Jeans können auf jeden Fall zerrissen werden. und dieser Mantel. So. Und nicht all die Sachen hier im Schrank, nämlich. Ich weiß genau, dass du das vorhattest. Die auch. Na nun, ist der Schrank voll, oder was? Oh, tatsächlich. Da geht's da weiter. Ja. Ja. Okay, noch irgendwelche Kleidungspotensilien. Nein. So. Unser Waffenschrank ist auch schon mehr als halb voll. Da gibt's den Baseballschläger rein. und sonst nichts. Die Schere kommt hier zu. Und das alles kommt da rein. Ah, ich hab irgendwie das Gefühl, dass das da nicht alles reingehen wird. Aber gucken wir mal. Na, 30? Oh, da klopft doch einer. Nicht klopfen. Und tatsächlich, das passt da nicht mehr mit rein. Okay, dann... Hier, auf dem Boden, davor. Nee, du sollst das nur fallen lassen. Das kann nicht so lange dauern. Einfach Du sollst sie nicht noch dreimal auseinanderbauen und wieder polieren? Äh. Der will bestimmt nur ein Ei borgen. Ah, der kann sich gleich mal meine Axt im Kopf borgen. Auch wenn ich wirklich nicht in der richtigen Verfassung bin, um jetzt... Aber er hat auch aufgehört zu klopfen. Nee, Vater, das Fenster! Wo ist er denn? Hallo? Hä? In der Garage? Wegen dem Generator? Wow! Dieses verdammte Spiel, es will mich wieder tot sehen. Ja, klar! Alles klar! 30.000 Zombies in meiner Garage. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja, Truller, dann komm mal ran. Da war ich so ausgelaugt bin, ey. Nee, komm, das bringt nichts. Ich mach nur meine Axt kaputt. Nee, gar kein Bock auf euch. Und tschüss. Nee, nicht rufen! Verdammt! Das war der falsche Knopf. So, ihr könnt mich alle... Die haben aber nicht die Tür in der Garage kaputt gemacht, oder? Da bin ich sauer. Ah, die aufregende Abenteuermusik kann auch bitte aus. Hier ist nichts mehr. Die Gefahr ist bereits vorbei, Spiel. Weißt du es etwa nicht? Die haben wirklich die Tür. Ach! Warum denn? Das ist doch wirklich auch nicht freundlich. Ihr seid keine guten Nachbarn. nur damit ihr es wisst. Gut, dass wir eine zweite Tür noch hier haben. Nein, ja. Oh, oh. Ah, morgen viele. Alter, plötzlich fünf, sechs davon. Jetzt darf ich meinen Generator nicht mal laufen lassen, oder was? Ach, Freunde. Guck mal. Wer hätte gedacht, dass ich um zwei Uhr morgens jetzt den Peak vom, den Zuschauerpeak vom Stream erhalte. Ich glaube wirklich, dass der Großteil meiner Zuschauerschaft aktuell Victoria Streams guckt. Ja, aber Mittwoch sind wir dann auch dabei. Mittwoch sind wir auch Teil der coolen Victoria Gang. Ja, das befürchte ich auch viele. Ah, nervig. Ah gut, was was soll man machen? Guck mal, ich habe hier eine Uhr mit Edelstahl Armband noch übrig. Ja, aber ich brauche ihn ja immer wirklich, weil sonst das Essen in meinem Kühlschrank verdirbt. Das muss ich vielleicht irgendwann mal wegkochen. Dann kann ich den auch auslassen. Aber ich koche doch so ungern in so einem Beut. Ich komme da in dieses Kochsystem irgendwie nicht richtig rein. Okay, gut, da haben wir noch ein paar Sachen. Passen die noch in den Bulli? Das ist die große Frage. Ah, die Freunde sind zum Glück nicht mehr da. Ja, ne, da passt gar nichts mehr rein. Und auch ein Buch noch. Ja, das hat sich gelohnt. Geil wäre es natürlich, wenn ich mit dem Bulli den Pickup abschleppen könnte oder andersrum oder andersrum und dann einfach beide Autos nach Hause bringe. Denn so, ich muss ja immer mit einem Auto hier hin, um das andere abzuholen. Dann grapsche ich mir vielleicht irgendwo eine halb kaputte Schrottkarre, die ich dann hier stehen lassen kann, wenn ich die in den Bulli dann hole. beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall ein paar Mal hin und her fahren. Ich nehme mir erstmal mein Blut zurück. Ja. Na, der Spliff, genau, der ist neu. Ach ja, den Müllhaufen, da müssen wir auch noch hin. Wiegt der was? Ach, komm. Können wir mit dem Inventar lassen. Irgendwann, wenn wir gebissen werden und eh alles egal ist. Ach ja, die liegt hier auch, ne? Die ist für Solarpaneele. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, wie man die bekommt. Ob ich die bauen muss oder finden muss. Ich hoffe finden, weil sich ein Solarpanel bauen, das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Komm, hopp jetzt. Hier auf unserem Müllhaufen kommt die, kommt das Essen, das wir nicht retten konnten. So, alles easy, alles safe. Genau, hier haben wir dann noch unser anderes Loot gelassen. Das sind die Sachen für den Rucksack. Und dann sind wir wieder richtig ausgerüstet. unser Standard-Equip ist am Start. Oh, die ist, die muss auch noch weg. Wie habe ich die denn jetzt übersehen? weg damit. Dann würde ich jetzt eigentlich ganz gerne noch. Dafür bräuchten wir mehr Bretter. Nee, 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 das mache ich heute nicht mehr. Morgen vernageln wir ein paar Fenstner. Nee, nicht morgen, beim nächsten Mal. So, den Plan fürs nächste Mal. ähm wir vernageln ein paar Bretter und fangen an den Loot hier von unserem Außenposten in Lake Ivy zurück zu unserer Farm zu transportieren Stück für Stück sehen dabei zu, dass wir unseren Lieferwagen auch irgendwie nach Hause kriegen, ja und das ist dann der Plan ja und ich muss jetzt auf jeden Fall zusehen, dass ich ins Bett komme ich bin den ganzen Stream über schon so auf Fiberenergie und dabei habe ich gestern sogar gar nicht gestreamt ist aktuell irgendwie alles ganz schön anstrengend mal gucken so die Credits müssen wir aber trotzdem machen denn ganz zum Schluss ist ja tatsächlich doch noch was passiert und zwar ne bitte hier und zwar bedanken wir uns wie immer zuallererst bei unserem Moderator StreamElements Chatboard danke, dass du uns mit deiner chattigen Bottigkeit so StreamElementar moderierst und danke an Upik keine Ahnung, ob du noch da bist aber vielen Dank für das Follow und dann muss es noch zwei Shoutouts geben denn wir wurden geradet von und ich glaube schon zum dritten Mal in Folge von Caro weiter ich verliere so viel so viel Gerät gerade ne viele ich bin echt ich bin echt durch warte mal Flachs lasse ich gerade nicht bauen oder ich habe halt echt immer noch zu wenig ja viele ich weiß aber viele Montag ist ja wieder Marvel Montag aber nicht diese Woche Montag also nicht diesen Montag sondern den Montag darauf da ist wieder der große Marvel Montag Feuerleitlage 3 da wird wieder für alle ausgefallenen Marvel Streams entschädigt und es gibt ein Shoutout für VollNikosa der war auch mal wieder da heute ich wünschte ein bisschen ich hätte diesen Clip nicht gesehen ja das okay Nico okay alles klar ja ich meine mir heißt ja nicht ohne Grund so ne gut jetzt jetzt weiß ich gar nicht mehr wo wir waren genau wie geht das so hier am 31 da ist Halloween da ist nicht der Marvel Montag weil da gar kein Stream ist da bin ich im Kino Dienstag auch aber Montag der 7 das ist der nächste Marvel Montag und ich meine ich kann euch ja schon mal in die Pläne einweihen Samstag da ist Bennerlord Sonntag starten wir um 17 Uhr mit Matta Phasmophobia und danach probieren wir Darkwood und je nachdem ob Darkwood gut oder schlecht ist spielen wir danach vielleicht noch Somboid dann Montag Dienstag äh nichts Mittwoch und Donnerstag Victoria 3 dann weiß ich es aus dem Kopf nicht da muss ich nochmal kurz nachgucken ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen im Voraus geplant aber das ist alles noch nicht 100% sicher zack 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 ja so und zwar äh genau Dienstag nichts Mittwoch und Donnerstag Victoria Freitag ah Freitag ist wieder Game of Gods Samstag Bennerlord Sonntag Victoria Montag der Marble Montag äh dann nichts dann Somboid am 9 oh dauert das tatsächlich bis es wieder Somboid gibt ei 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 dann Victoria dann oh ja und dann dann nehme ich mir ein langes Wochenende es wird auf jeden Fall viel Victoria geben aber Somboid und Bennerlord auch weiterhin aktuell ist der Plan äh mehr oder weniger Victoria Somboid Victoria Bennerlord Victoria Somboid Victoria Bennerlord zumindest bis wir unseren ersten Victoria 3 äh Run durch haben und danach mal gucken ob wir alles dann zu gleichen Teilen machen oder wie wir das wie wir das machen müssen wir dann mal sehen ich bin auf jeden Fall genau morgen gibt es nochmal ganz normal Bennerlord dann der große Halloween Stream dann zwei Tage nichts und ab dann geht es los dann gehen wir voll in Victoria ich weiß schon welches Land aber das ist noch ein Geheimnis das sage ich euch noch nicht das soll eine Überraschung werden und wir ach guck mal zack den können wir nicht oft raiden ich glaube den können wir sogar nie raiden aber heute ist Woody noch da willkommen zum Wald hier gibt es Kaffee, Tier und Kekse don't starve together aktuell aber ähm äh just chatting da gehen wir zu Woody meinem äh Squad Leader in Geotastic ich weiß es nein Nora du weißt es nicht erzähl nicht solche Lügengeschichten wir sind echt komische Menschen nein nein das weißt du nicht es wird immer rechts deswegen ich weiß es ja Ido und Kerz sind auch da das ist jetzt mal wieder ein kleiner Geo Community interner Raid ach die spielen hier äh Song Competition oder Song Battle eins von beiden ja Song Competition so wir hören uns mal die Presse so wisst ihr noch das haben wir auch ein paar Mal gespielt das jetzt wieder los geht das sollten wir auch vielleicht mal wieder ach so genau ähm zur Erklärung Thema Songs auf Deutsch älter als 1999 weil Ricky da können wir uns auch äh zusammenfinden na ich sag's nicht damit du nicht weißt dass ich weiß dass du weißt warte ich bin bei mir da ist ja auch schon spät Nora so hier ich weiß dieses Tick-Tack-Toe die hat die Stimme sehr gut parodiert ist das diese oh jetzt kommen wieder die Krokodiltränen Geschichte ich glaub das ist es so Woody hä gut hä also nein 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 ich werde eins sagen hier ganz wenn wir Freunde wären dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen du machst uns alles kaputt das ist ja ja das ist genau diese da hat sich Tick-Tack-Toe aufgelöst ja ja und seitdem ist dieser dieser Ausruf wenn wir Freunde wären dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen ist ist ein Banger ist ein Banger so oh da sind die Leute schon abgesprungen ja ja ich hab ich hab zu lange gewartet so wir starten wir machen so einen Scheiß so wir starten den Raid so und hier kommt unsere Gute-Nacht-Musik morgen sehen wir uns zu Bennerlord da werden wir versuchen äh Talimund wieder zu finden und euch wünsche ich jetzt noch eine gemütliche Nacht ich hoffe morgen bin ich fitter als heute irgendwie war heute nicht so viel mit mir anzufangen Quatt 2-0-A Haruletze ja macht's euch noch schön und gemütlich mit woody und trotzdem danke an alle die zugeguckt haben ja danke viele ach ja auf jeden Fall sehe ich zu dass ich zu äh zu Sonntag fit bin zu unserem Halloween Stream und dann natürlich für Viktoria aber euch eine gute Nacht und viel Spaß mit Woody hier kommt Kurt seit der Geburt heiß ich Kurt hier kommt Kurt Mr. Knacke mit dich wie wie hier kommt ist die ho Natürlich Vielen Dank.